Hallo Markus, schön dich mal wieder hier im Video zu haben. Ja, ich freue mich auch, Sandro. Ich hatte jetzt gedacht, du machst noch eine größere Begrüßung. Deswegen habe ich noch gehört. Konfetti oder was erwartest du? Oder du meinst eine längere? Ja, ich meinte eine längere. Eine längere. Ja gut, also ich schätze dich sehr. Soll ich so anfangen? Die längere Begrüßung ist die, dass wir uns ja schon länger nicht mehr unterhalten haben im Video. Und ich finde es schön, dass wir uns wieder auf die Spurensuche machen. Wir haben ja beide so einiges erlebt in der Online-Welt vor allem. Darüber wollen wir uns unterhalten. Unser Thema ist Vater sein und Männerhass. Das ist eine breite Spannbreite, in der viele sachliche Themen, auch viele gefühlsmäßige Themen liegen. Und wir machen uns auf die Spurensuche. Schauen wir mal, was wir da alles finden, was wir da offenlegen können. Und machen das wie immer hier so im Freestyle. Also einen freien Flow, wie man so schön in der Psychologie sagt. Da kommen ja auch die ganz kreativen Sachen dabei raus. Und das hat ja bisher immer gut geklappt. Also machen wir es einfach wieder und legen los. Vielleicht möchtest du noch von deiner Seite her sagen, was so dein Erlebnis war, das uns jetzt auch wieder zusammengeführt hat, dass wir ein Video machen. Ja genau, das war ja wirklich der Anlass, dass ich auch gerne mit dir jetzt mal wieder ein Video machen wollte. Und mir ging es auch so, wir haben es lange nicht gemacht. Ich wollte sagen, du bist ja ein langjähriger Freund. Und dann fiel mir ein, nee, warte mal, so lange ist es gar nicht. Aber es fühlt sich so an. Also ich fühle mich dir einfach echt verbunden. Und fühle mich dir irgendwie auch voll nah so. Und daher bin ich da irgendwie bei den Sachen, an denen du dran bist, auch immer relativ dicht dran, ohne dass ich jetzt dort auch viel aktiv bin. Ich war ja auf deiner Webseite aktiver auch vor einiger Zeit, habe das mit gestaltet und begonnen und so. Und ja, das war mir erst mal wichtig zu sagen, dass ich mich dir auf jeden Fall sehr verbunden fühle und dem, was du machst. Und dass ich finde, dass du sehr mutig bist. Und wirklich immer, also immer radikaler. Und das ist wichtig zu sagen. Immer radikal, das heißt immer mehr zur Wurzel vordringend in dem, was du tust, wirst. Und das fällt mir auf. Und ich betone eben auch, dass ich finde, dass du wirklich mutig bist, weil ich habe jetzt neulich festgestellt, dass ich einfach nicht so mutig bin und nicht so mutig war. Unsere Geschichten als getrennte Väter, obwohl das ja eigentlich ein komischer Begriff ist, weil wir haben uns ja von der ehemaligen Partnerin, der Mutter der Kinder getrennt, die glichen sich ja bis zu einem bestimmten Abschnitt. Und an einer bestimmten Stelle bist du auf jeden Fall einen anderen Weg gegangen als ich. Und das hat mich eben von Anfang an so berührt. Und deswegen fühlte ich mich da eben auch so verbunden. Und dieses Ereignis, was uns jetzt zusammenführt aus meiner Sicht, ist, dass ich festgestellt habe, auch diesen Mut betreffend oder dieses Sichtbarwerden eigentlich und den Konsequenzen, die das hat, dass ich eben ein ähnliches Erlebnis hatte mit einem Post, den ich gemacht habe auf Facebook und der für meine Verhältnisse und aus meiner Sicht relativ hohe Wellen geschlagen hat und ich dort eben in einer ähnlichen Situation war, dass es so ein Im-Feuer-Stehen-Bleiben von einem gefordert hat. Bei mir in diesem Fall wirklich relativ punktuell. Also das war dann diese eine Sache quasi. Und bei dir ist es ja jetzt wirklich über einen langen Zeitraum. Also wir reden ja jetzt von über einem Jahr Öffentlichkeit, ja, Sichtbarkeit in diesem Thema, in dem du dich bewegst, in dem du weiterkommen willst, in dem du Wahrheit suchst. Und bei mir war das eine punktuelle Sache, wo das jetzt so mit so einem Feuer, also in so einem Feuer-Stehen-Bleiben zu tun hat. Und da fühlte ich mich dir noch mal enger verbunden und wollte eben gerne dieses Gespräch machen. Ich finde eben den Titel auch ganz passend, wobei es sicherlich auch jetzt schon bei vielen anstößig dann aufgenommen wird. Aber wahrscheinlich braucht es genau das eben, um auch hinzusehen auf die wirklichen, auf die Ursachen, die hinter diesen Dynamiken stecken, denen wir ausgesetzt sind an verschiedenen Stellen. Ich finde es super interessant, dass du gerade vom Im-Feuer-Stehen-Redest das erinnert mich an einen Paartherapeuten, der Sexualwissenschaftler ist, der David Schnark heißt der. Und der hat so eine... Warte mal, das Internet war jetzt weg. Ich weiß jetzt nicht. Du hast gesagt, super interessant, dass du... Und dann habe ich nichts mehr verstanden. Ah, okay, ja, das Bild hat auch gehangen. Also ich finde es super interessant, dass du den Begriff oder die Umschreibung im Feuer stehen wählst. Weil es gibt einen Sexualtherapeuten, der auch Paartherapeut ist. Und der hat so einen Workshop, so ein Programm für Paare. Und er nennt es Fegefeuer. Also er ermöglicht in diesem Fegefeuer dem Paar quasi, dass jeder an sich die schlechten Seiten erkennt. Das ist ja die Idee vom Fegefeuer, dieses innere Reinigen. Und deshalb finde ich es so interessant, dass du das erwähnst, weil aus der Warte heraus, wenn du das so empfindest wie im Feuer stehen, wenn du da in deinem Post, von dem wir ja vielleicht nachher noch was sehen, das fände ich gut, wenn wir da ein Screenshare machen könnten, dann heißt es ja, du hast die Wahrheit ausgesprochen, du hast etwas erkannt, was vielleicht eine negative Seite von dir war, du hast es dann als positive Seite formuliert und stehst dann quasi im Fegefeuer. Ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt, ob er nicht heißt, dass jemand schießt, also in diesem Feuer, oder ob es eben im Feuer etwas brennt, stehen bleiben heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat es dieses Bild natürlich auch. Ja, gut, können wir mal schauen. Also unter Beschuss stehen ist das eine, genau, und Fegefeuer als reinigendes Element, dass man die Wahrheit über etwas sagt und dann ja angegriffen wird, aber stehen bleibt in dieser Wahrheit und dann sozusagen diesen Beschuss, dieses Feuer über sich ergehen lässt, damit es so eine katharsische, reinigende Wirkung hat. Ja, genau. Ich möchte aber an der Stelle auch herausheben und betonen, dass es eben nicht um die Wahrheit geht, sondern um meine Wahrheit in dem Fall und in jedem Fall. Es geht um meine Wahrheit und das ist eigentlich das, was ich auch immer wieder betont habe aus meiner Sicht, so in meinem Verständnis, in meiner Wahrnehmung, dass es um meine Wahrheit geht. Das höre ich bei dir auch durch. Du sprichst von deiner Wahrheit. Ich meine, du berufst dich auch auf das Grundrecht und auf das Grundgesetz und alles Mögliche. Das heißt, auf allgemeingültige Werte, auf die wir uns eigentlich geeinigt haben. Trotzdem kannst du ja immer nur von deinen Erfahrungen und von deiner Wahrheit sprechen. Richtig. Ich denke das eigentlich automatisch immer mit, weil das ist für mich eine Grundlage für eine Demokratie, dass ich immer mitdenke, dass der andere seine Wahrheit mithalt und diese Wahrheit ist ja wahr für ihn oder sie. Aber wenn du nicht anfängst, deine Wahrheit mitzuteilen, kannst du ja auch nicht gemeinsam dich der Realität annähern oder gemeinsam, wie du gesagt hast, Grundrechte sind ja transzendentale, universelle Werte. Wie sind wir in der Geschichte dazu gekommen? Durch sehr viel Schmerz. Deutschland hat sein Grundgesetz aufgrund der schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und natürlich auch aus der Weimarer Republik und Ersten Weltkrieg. Da kann man ja lange zurückgehen. Da hat man diese allgemein gültigen Werte entwickelt, formuliert, aus der Erfahrung heraus. Und meine Meinung ist, dass das Grundgesetz im Grunde bedingungslose Liebe ist. Deshalb setze ich mich auch so für die Gleichberechtigung ein. Da mache ich jetzt ein großes Ding auf, das können wir später vielleicht nochmal vertiefen. Aber es gibt schon, ich sage mal, diese universelle Wahrheit wie Gleichberechtigung. Oder dass jeder das Recht auf Leben hat. Das sind universelle Wahrheiten. Da lasse ich mir auch nicht sagen, das ist nur meine Meinung, sondern da stehe ich dafür ein. Jeder, der behauptet, nein, nicht jeder Mensch hat das Recht auf Leben, da würde ich sagen, doch, das ist die universelle Wahrheit. Und dann gibt es halt das, wenn jetzt zum Beispiel in einem Land die Todesstrafe gilt, dann ist halt meine Meinung, dass es universalen Werten widerspricht. Es darf keine Todesstrafe geben. Und andere sagen, doch, wir müssen das dann so vergelten, damit wieder Ausgleich und Gerechtigkeit herrscht. Das ist dann vielleicht die Ebene von eigener Wahrheit, wo man dann diskutieren kann. Ja. Ich hätte es jetzt als Werte, auf die wir uns geeinigt haben, bezeichnet. Also, dass wir den Wert teilen, Todesstrafe ist nicht. Und woanders teilen sie den Wert, dass es okay ist. Das ist dann für mich trotzdem nicht okay, weil ich bin ja nicht Teil dieser Gemeinschaft, die diese Werte teilt. So hätte ich es jetzt bezeichnet. Ja, wobei, damit universelle Werte gesellschaftlich relevant sind und anerkannt werden, mussten die ja erkannt werden. Also, es musste ja quasi einen Moses geben. Ich betone, ich bin Atheist. Ich sage das jetzt einfach aus Ideen geschichtlicher Sicht. Es muss einen Moses geben, der dann die zehn Gebote empfängt von irgendwoher. Und Gott ist halt in dem Sinn dann derjenige, der dafür steht, dass Menschen reflektiert haben und diese universalen Werte erkannt haben. Du sollst nicht töten. Das Leben eines jeden Menschen hat einen eigenen Wert, eine eigene Würde, wie es im ersten Artikel des Grundgesetzes dann formuliert ist. Und das heißt, allgemeine Werte bedingen immer, dass die vorher jemand erkannt hat, eine Gruppe von Menschen und die eben als Wahrheit, ich sage mal, als wahrhaftige Werte für alle Menschen erkannt haben. Ja. Ja, okay. Da kann ich mitgehen. Und da haben wir ja genau dieses Ring darum, was es jetzt war und was teilen wir. Also so geht es, oder? Warum fällt das so schwer? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt konkreter werden sollen in dem, was wir erlebt haben, aber was mir immer wieder, also was mir wirklich so brennt, auf den Nägeln brennt, warum ist das so schwer, das einfach stehen zu lassen, wenn jemand seine Wahrheit äußert und nicht in den Angriff überzugehen? Warum passiert das immer wieder? Warum kommt dann dieser Angriff, warum kommt diese Beleidigung, dieser hohen Häme, Spott, ja, also Diffamierung, alles wird da ausgeschüttet? Also warum ist das so schwer? Ich denke, da gibt es allgemein einige Antworten darauf. Was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass du halt im Grunde vorherige Traumata weitergibst. Also das, was ich glaube, Pascal hat es doch gesagt, dass er auch das Recht auf Meinungsfreiheit von jemandem verteidigt, der nicht seiner Meinung ist. Das sind diese universalen Prinzipien. Wenn du aber diese universalen Prinzipien aufgibst zu deinem eigenen Nutzen, dann machst du das, weil du Angst hast, weil du etwas Schlimmes erlebt hast, wo jemand einen allgemeinen Wert für dich gebrochen hat oder dich gebrochen hat und du glaubst jetzt nicht mehr an diesen Wert und bist quasi auf der Ebene, wo du ums Überleben kämpfst, wo du jemanden angreifen musst, in unserem Falle verbal, weil du etwas sagst, was die anderen unter Gefahr setzt und du und ich als Väter, die für das Wechselmodell eintreten, also für die gleichberechtigte Elternschaft, sind natürlich den Eltern, Politikern, Frauen, Männern ein Dorn im Auge, die einen eigenen Nutzen daraus haben, dass diese gleichberechtigte Elternschaft in Deutschland noch nicht etabliert ist. Und es kommt genau aus diesen vorherigen Erfahrungen heraus, zum Beispiel ein Richter, der von seinem Vater geschlagen wurde, der jetzt Väter hasst, der Familienrichter wird, um quasi Kindern zu helfen, die so blöde Väter haben, wie er sie einhatte. Und da ist es sehr schwer, wenn er seine eigenen Kinder nicht reflektiert hat, dass er nicht alle Väter als seinen Vater betrachtet und dadurch sie alle von vorher herein durch seine persönliche Erfahrung vorverurteilt, aus einem Vorurteil heraus, Deine Beschlüsse fasst. Und an der Stelle, wenn man jetzt Richter ist, ist es ja wirklich gefährlich, fahrlässig eigentlich, wenn man das nicht gemacht hat und wenn man da nicht frei von diesen persönlichen Sachen ist. Und umso gefährlicher sind so Typen wie ich und ja auch du, die radikal für etwas einstehen und radikal heißt ja nicht extremistisch das wird gern verwechselt man würde sagen ja da der Markus und der Sander die sind ja radikale radikale Federlobby oder sowas ja das sind dann die typischen Vorwürfe nein Rad ist die Wurzel wir dringen einfach immer mehr zu diesem Ursprung vor und wir sind nicht Extremisten sondern wir sind da radikal wir lassen da nichts dran kommen an die allgemeine Werte und dann bist du natürlich je radikaler du wirst ja je klarer in deiner Wahrheit du wirst umso gefährlicher für diejenigen die vor dieser Wahrheit Angst haben weil dieses Beispiel mit dem Richter dessen Vater ihn geschlagen hat wenn wenn er jetzt erkennen müsste ja dass es allgemeine Werte gibt die auch für die Väter gelten den er dann nachher die Kinder wegnimmt im Gerichtssaal dann müsste er sich selber infrage stellen er müsste diesen Hass den er auf seinen Vater hat infrage stellen er müsste sich fragen warum hat mein Vater mich so gehasst warum hat er mich geschlagen und dann wird er so ist es darauf kommen dass sein Vater verständlicherweise vielleicht so war weil er vielleicht geschlagen wurde von seinem Vater oder von seiner Mutter und es für ihn als Kind normal war geschlagen zu werden und dann hat er das einfach weiter gegeben hat es nicht reflektiert so wie es der Richter nicht reflektiert hat dass seine Gewalt überträgt auf die Feder den er die Kinder wegnimmt und das ist das gefährliche so Menschen die wie du und ich die Dinge hinterfragen dann auch kritisch sind öffentlich oder wie du in deinem Post sagen also Mann sein Vater sein bedeutet für mich folgendes dann brichst du Wahrheiten aus die gefährlich sind weil sie andere dazu zwingen sich selbst zu hinterfragen und du agierst so habe ich deinen Post verstanden aus dem Standpunkt der Liebe heraus das heißt ja die die dich kritisieren wollen ihren Hass nicht sehen ja also ich will nochmal hervorheben du sagst geschlagen wurde ich denke es muss ja nicht mal körperliche Gewalt gewesen sein es reicht ja schon nicht gesehen worden sein oder es kann ja auch psychische Gewalt sein quasi unsichtbare Gewalt das muss ja nicht körperlich gewesen sein weil jetzt bestimmt auch viele wahrscheinlich sagen ja aber ich wurde nicht geschlagen trotzdem finde ich dass du extremistisch bist oder so was auch immer also ich möchte mal den Anfang vielleicht von meinem Post wie gesagt bei mir geht es ja wirklich um dieses singuläre Ereignis ich will mal den Anfang kurz vorlesen und zeigen also also rein egal was dann kommt aber rein schon wie ich beginne ich sage ich wünsche mir eine Welt so also das ist mein Wunsch ich wünsche mir eine Welt in der wir datenten und auch offenen Schuldzuweisung nicht dem anderen Geschlecht zuteil werden lassen also das ist ja sogar erst mal frei von welchem Geschlecht ich auch nicht dem weiblichen Geschlecht also und dann geht es mir darum eine Welt in der meine Söhne also ich wünsche mir eine Welt in der meine Söhne in Freiheit aufwachsen dürfen ohne per Geschlecht quasi schuldig zu sein und dann bringe ich eben so ein paar Argumente die ich eben erlebe indem wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich Sachen lese oder Kommentare erlebe oder so ja ich sage dann dass es einen großen Schuldenberg gibt ja von quasi von beiden Seiten ja auf beiden Seiten dann sage ich wir wollen etwas nicht sehen und da wird es interessant also da wurde viel Bezug drauf genommen also da kamen viele Statistiken und dies und das also eigentlich ging es immer darum zu beweisen dass ja doch die Männer irgendwie schuldiger sind ja und ich wie gesagt ich erinnere daran in der die latenten und offenen Schuldzuweisen nicht dem anderen Geschlecht zuteil werden lassen weil mir geht es nicht darum ich betone dann nochmal dass wir nicht sehen wollen dass jeder gewaltige Mann auch Sohn einer Mutter ist voraussichtlich wurde ich dann auch kritisiert dafür aber das finde ich jetzt sehr speziell also ja es gibt möglicherweise auch Söhne die keine Mutter haben weiß ich jetzt nicht aber also meine Annahme war erst mal durchschnittlich jeder Sohn hat auch eine Mutter und genau und dann nehme ich eben nochmal Bezug auf den Begriff wofür ich auch kritisiert wurde dass es eben damit eigentlich nicht gemeint ist dass es nicht um Männerhass geht und gleichzeitig wurde aber auch oft argumentiert damit dass ja doch alles von Männern ausgeht ja Kriege und überhaupt Patriarchat und die Frauen haben gar nichts zu sagen und die werden unterdrückt und Frauen wie sagt man Femizid ja also ich weiß gar nicht also dann wurde es doch wieder gesagt dass es eigentlich doch die Männer sind also ich also das war immer so ambivalent ja einerseits nein nein das ist ja ein System also ein Begriff für einen systemischen Zustand und dann ja aber die Männer sind ja nun mal schuld das sieht man doch ganz eindeutig und das war so diese Schere in der sich das bewegte und später komme ich dann ich lese später noch ein paar Kommentare vor die wirklich also ich finde schon sehr extrem sind lese die doch mal gleich vor damit wir gleich da reingehen du sagst ja jetzt nicht die Kommentare sind Radikale und die sind jetzt extrem für dich ja ich finde die extrem und zwar wie gesagt man kann ja inhaltlich mit mir im Dissens sein man kann ja bestimmte Punkte kritisieren ich habe das jetzt ja auch hervorgehoben wofür ich auch kritisiert wurde und ich habe da ja nichts dagegen weil ehrlicherweise habe ich ja also ich war überrascht dass ein großer Kritikpunkt war dass ich das ja alles nicht verstanden habe okay ja ich glaube ich habe viel nicht verstanden ganz ehrlich und ganz ehrlich ist immer ein Text den man schreibt immer ganz kleiner und vor allem es ist ja nur ein Text vielleicht ist das eine A4 gesagt höchstens ein Text ist ja ein kleiner Ausschnitt eines Ist-Zustandes von etwas was man feststellt oder sieht oder so und der größte Kritikpunkt war wirklich dass ich das alles ja nicht verstanden habe und das völlig falsch verwende und Äpfel mit Birnen vergleiche und überhaupt und so weiter ich hebe jetzt nicht das möchte ich auch an der Stelle betonen die Kommentare heraus die sachlich waren wie gesagt ich habe bei dem Artikel wirklich auch viel gelernt teilweise auch über Messenger kamen Kontakte an mich ran die bestimmte Sachen mir nahegelegt haben oder sich mit mir irgendwie verbunden haben auf irgendeine Art und da habe ich noch viel gelernt dabei ich fand es wirklich sehr bereichernd das Ganze diese Aktion sage ich mal aber dann gab es eben auch Sachen und die lese ich jetzt mal hier vor damit die auch ihre Anonymität behalten die sind nicht unter diesem Originalpost zu finden sondern jemand hat das damit ging das dann los dass dann da über 400 Kommentare dazu kamen jemand hat das in eine Gruppe geteilt ich weiß jetzt gerade den Namen ich könnte es ja nochmal nachholen einer sagt also einer war ganz aktiv das ist ein Admin der Gruppe er hat dann immer also er hat gleich meine Seite geteilt meine Internetseite und dort dieses über mich und hat immer so Passagen rausgenommen ich schreibe zum Beispiel an einer Stelle aber Männlichkeit ist einfach genauso wie Weiblichkeit möglich ist sogar ein Missverständnis weil ich habe das später noch gemacht dass das ist groß geschrieben habe also weil ich meine Männlichkeit ist einfach nicht ist einfach möglicherweise war das ein Verständnisproblem danach acht Kotzsmileys und vier beinahe Kotzsmileys so und dann kommt das übliche Mythopoeten Gedöns von einem der sich noch nie mit den Basics feministischer Theorie und struktureller Gewalt auseinandergesetzt hat und tatsächlich habe ich auch nicht und da auch offenbar keinen Bock drauf hat obendrein krasse Leugnung und Abwehr von Diversität und Intersektionalität also würde ich mal sagen das war jetzt nicht direkt Thema meines Posts aber okay hier mehr Background Infos zu Markus Hohnd wisst ihr Bescheid und dann hat er es verlinkt eine andere Sache hatte auch jemand was also ich muss sagen dieses über mich auf meiner Seite ist wirklich sehr persönlich das ist sehr sehr intim also da habe ich auch lange gezögert ob ich das so veröffentliche weil es ist wirklich ein Stück weit Aufräumen oder Bewältigung auch von meinem Leben von meiner Vergangenheit also das was ich erlebt habe was mir begegnet ist da nehmen andere dann noch Bezug auch und da sagt jemand auch nochmal ein Zitat ach so ist auch der Admin ich nehme Dinge in dir wahr noch bevor du sie wahrnimmst ja das ist tatsächlich kommt es daher dass ich viele Grenzüberschreitungen in meinem Leben erlebt habe und das hatte zur Folge dass ich jetzt wirklich eine Fähigkeit habe Gefühle von anderen wahrzunehmen und die eigentlich das war quasi das was sich schwierig auf mein Leben ausgewirkt hatte ich also ich das Gefühl das sind meine Gefühle aber es sind gar nicht meine habe ich irgendwann erkannt und ich merkte dass das was mit diesen erlebten Grenzverletzungen zu tun hat und das habe ich eben so geschrieben und jemand und der sagt dann weiterhin boah wie gruselig watch your drink if marcus is around und jemand schreibt darauf den Kommentar drei lachsmilies ich mach gleich in die Hose und jemand anders noch vielleicht ein Schamane und dann immer überall lachsmilies kommen hier so geliked also das heißt wirklich dieses Verhöhnen und dieses sich lustig machen über wirklich eine sehr intime Offenlegung von dem wie es mir ergangen ist und was ich für ein Mensch bin das ist also unfassbar soll ich noch weitermachen oder wollen wir später noch mehr machen ja vielleicht das mit dem mit dem ersten ja dieser Intersektionalismus strukturelle Gewalt was war feministische Basics oder wie ja genau jemand der sich noch nie mit den Basics feministischer Theorie und struktureller Gewalt auseinandergesetzt hat genau und dann kam ja noch Intersektionalismus genau und der krasser Leugnung und Abwehr von Diversität und Intersektionalität ja es erst mal ist es ja ein Sammelsorium von irgendwelchen ideologischen Begriffen ja also dir wird gleich vorgeworfen du bist nicht der wahre Kommunist ja du holdigst nicht Stalin und was weiß ich und hast keine Ahnung von was der Kapitalismus denn alles macht um die Proletarier zu unterdrücken ja es wird aber nicht begründet ja es wird einfach nur gesagt hier krasse Ablehnung von Diversität und Intersektionalität Diversität und Intersektionalismus aber warum wieso steht nicht drin das heißt du hast nicht den richtigen Glaube das wird festgestellt es gibt aber keine Begründung du hast ja gezeigt dass du in deinem Posting ganz am Anfang gar nicht unterscheidest zwischen Männer und Frauen sondern du nimmst ja alle Gender weiß ich nicht ob ich Gender sagen will sag's nicht du nimmst alle möglichen Geschlechter mit rein in deinen Post und jetzt wirft die Person dir vor du wirst es die Diversität vernachlässigen warum wenn du doch alle ansprichst das wird nicht begründet ja es bezieht sich dann vielleicht auch noch auf Kommentare aber es ist eben also Leugnung und Abwehr von Diversität und Intersektionalität also das ist einfach was damit habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt und das war auch nicht Thema meines Posts also ich sehe einfach es gibt so viele Sachen hätte auch schreiben können überhaupt kein Verständnis von Raketentechnik und krasser Leugnung von was weiß ich ja also es ist irgendwie so okay ja weiß nicht kann ich mich damit beschäftigen wenn ich Zeit habe oder Bock aber aber ich kann auch trotzdem den Post machen indem ich sage was ich mir wünsche ich wünsche mir eine Welt in der meine Söhne in Freiheit aufwachsen können würde ich jetzt mal ganz grob zusammenfassen weil ich das Erlebnis habe dass meine Söhne nicht in Freiheit aufwachsen können und da ziehe ich diesen Begriff ran toxische Männlichkeit oder toxische Maskulinität der möglicherweise falsch verwendet wird und damit meine Söhne einschränkt und und eben in ihrer freien Entwicklung als Menschen behindert behindern kann Ja der Kommentar mit dem feministischen Basics und struktureller Unterdrückung zielt natürlich auf den Begriff toxische Männlichkeit also im Grunde sagt ja dieser Kommentar du hättest keine Ahnung was mit toxischer Männlichkeit gemeint ist genau und der Kommentar sagt ja toxische Männlichkeit ist also verstehe ich den Kommentar ist analog zu Patriarchat und wenn du verstanden hättest was das Patriarchat ist ja das sind die feministischen Basics dann würdest du auch wissen was strukturelle Gewalt bedeutet im Patriarchat ja das kommt von der toxischen Männlichkeit und dass Männer angeblich Diversität unterdrücken und Intersektionalität ist ja diese Theorie dass es verschiedene Formen von Unterdrückung gibt die eine Person selbst erlebt also zum Beispiel eine Frau die auch noch schwarz ist und in einem Land lebt wo Schwarze unterdrückt werden die wird nicht nur als Frau unterdrückt sondern auch noch als Schwarze wenn diese Frau jetzt auch noch eine Behinderung hat dann wird sie auch noch als Behinderte unterdrückt das heißt die hat sozusagen drei Unterdrückungsaspekte das ist die Intersektionalität also diese die Sektionen der Unterdrückung die ineinander greifen ich habe noch nicht mal mich mit dem Begriff jetzt im Nachhinein beschäftigt das ist ja noch krasser eigentlich jetzt wo du mir das eröffnest genau und das Abstruse an dem Intersektionalismus ist aber du kannst das Spiel ja unendlich weit treiben ja weil dann sagst du okay sie ist eine Frau sie ist schwarz vielleicht unterdrücke ich sie ja schon wenn ich jetzt schwarz sage ja dunkelhäutig farbig wie auch immer ja dann hat sie noch eine Behinderung vielleicht hat sie ja noch ein Kind ja und ist alleinerziehend und hat keinen Hochschulabschluss und so weiter also du kannst du kannst im Grunde bei jedem Menschen beliebig viele ich sage mal Konfigurationsmöglichkeiten der Unterdrückung anwenden oder Parameter Kriterien und wo endest du dann am Ende beim Individuum dann sagst du eigentlich ja jeder ist anders aber der Intersektionalismus kommt von dem Punkt dass die sagen es gibt Gruppen die unterdrückt werden so wie der Kommunist gesagt hat die Kapitalisten unterdrücken die Proletarier ja das arbeitende Volk sagen jetzt die 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 feministischen Basics drauf haben ja die sagen die Männer unterdrücken die Frauen aber dann unterdrücken die Weißen auch die Schwarzen die angeblich Nichtbehinderten unterdrücken die Behinderten und so weiter das ist ein Gruppendenken aber wenn du den Intersektionalismus zu Ende denkst kommst du wieder auf den Liberalismus nämlich das Individuum als die Grundkonstante oder eben ich sage mal das Atom der Gesellschaft und du hast in deinem Posting hast du ausgedrückt wie du dir die Welt wünschst du hast als Individuum argumentiert ich wünsche mir folgendes und dann ist dieser Kommentar darauf angesprungen so auf die Art was wagst du es als Individuum zu sprechen weil du gehörst ja zu einer Gruppe die andere unterdrückt alte ach so alt bin ich noch nicht aber weiße wütende Männer weißer alter wütender Mann passt komm du bist sehr älter oder aber ich bin heute weißer als du du bist weißer ich bin das heißt wenn ich also im Sinne der Intersektionalismus Intersektionalismus wenn ich quasi dieser Gruppe alter weißer ärgerlicher Mann also wie der Mann angehöre dann habe ich nicht das Recht zu formulieren was ich mir für eine Welt wünsche genau weil dein Wunsch quasi automatisch Unterdrückung ist wenn du sagst du willst dass deine Söhne frei aufwachsen ja verstehen die mit den feministischen Basics du willst dass sie Patriarchen sind und Frauen unterdrücken Frauen unterdrücken genau ich sehe gerade dass bei mir irgendwie der Strom warte mal was geht hier ach warte ich gehe mal kurz da runter und schließe den Strom ein ja also da bin ich wieder unter dem Schreibtisch und das ist ja ein Problem weil genau das habe ich nämlich gefühlt ich konnte es jetzt noch nicht so gut benennen bis jetzt aber genau so habe ich mich gefühlt ich habe immer wieder betont ich habe da sieben Stunden mit Kommentieren zugebracht nach diesem Post absichtlich weil ich wollte das gerne wirklich durchsteigen was da passiert und ich habe mich immer wieder so gefühlt als habe ich nicht das Recht zu äußern was ich mir wünsche und was ich mir für eine Freiheit für mich und für meine Söhne wünsche und ich habe immer wieder betont dass diese meine Freiheit natürlich niemand des anderen Freiheit beeinträchtigen soll das habe ich auch im Post am Ende noch formuliert explizit ich habe am Ende formuliert mir ist klar dass es nicht männlich in Anführungszeichen ist und dann habe ich eben so ein paar Sachen aufgezählt die natürlich pathologisch sind und trotzdem geht es darum nicht sondern es geht nur darum dass ich keine Privilegien aufgeben will weil ich ja ein leiser älterer wütender Mann in einem Patriarchat bin und deswegen das auch nicht verstehen will und abwehre und leugne dass es bestimmte Menschen unterdrückt sind das das ist eine aussichtslose Ausgangslage für dich ja weil du bist ja gefangen in der Ideologie du bist ein Unterdrücker im Patriarchat also man hat die Bösen ausgemacht das sind die alten weißen wütenden Männer das ist so eine Ideologie postuliert einfach wer die Bösen sind bei den Kommunisten waren die Kapitalisten die Bösen für die Feministinnen sind es die Männer wobei es da auch unterschiedlichen Feminismus gibt es gibt den Gleichberechtigungsfeminismus der ist noch Teil der liberalen Vorstellung das was Grundrechte sind ja die Grundberechtigungsfeministen und Feministinnen wollten einfach nur dass Frauen gleichberechtigt sind das muss man an der Stelle wirklich mal hervorheben es geht ja nicht darum dass der Feminismus an sich falsch war oder ist denn die Grundlagen davon sind natürlich also die so wie es entstanden ist ist es natürlich gut wenn es um die Gleichberechtigung oder beziehungsweise die gleichen Voraussetzungen für jeden Menschen einer Gesellschaft geben soll wenn es darum geht genau aber was wir heute haben ist der Gleichstellungsfeminismus der hat in Politik ja das was die Katharina Barley oder vor allem auch die Franziska Giffey zur Zeit so alles von sich gibt das ist Gleichstellungsfeminismus und die verwenden ja auch immer das Wort Gleichstellung man sagt man will eine Quote im Bundestag dass 50% Frauen im Bundestag sind und 50% Männer und das hat nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun Gleichberechtigung heißt wir haben alle die gleichen Chancen Gleichstellung heißt es soll uns allen gleich gehen und Gleichstellung ist nichts anderes als Kommunismus und dann bist du jetzt aber nicht der weiße ältere wütende Mann der seine Privileg nicht aufgeben und beziehungsweise sein Bundestagsmandat nicht aufgeben will der sagt nee hier sollen nicht so viele Frauen ich will hier oder was bist du das dann nicht oder was na im Grunde ist es ja ein Ständeparlament was man da will und dann kommt ja auch wieder das Problem mit dem Intersexualismus rein wenn man sagt 50% Männer 50% Frauen kann man schon mal fragen okay ist es wirklich 50-50 in Deutschland oder muss es ein Überhangmandat werden weil es doch 50,003% Männer sind und Frauen ja und dann kommen die Transgender-Leute und sagen Moment nee Moment 50% ich war mal Mann und wurde zur Frau umoperiert darf ich jetzt als Mann ins Parlament oder als Frau ja Männer sind schon voll aber da du dich ja umoperieren lassen hast kannst du als Frau kandidieren macht auch schon mal keinen Sinn und dann kannst du weitermachen das ist das gleiche Problem wie beim Intersektionalismus was ist denn jetzt bitte mit denen die Frauen sind aber sich als Männer fühlen die sich nicht umoperieren haben lassen was ist mit rothaarigen Frauen Frauen mit braunen Haaren Frauen mit blonden Haaren oder Frauen die eine Behinderung haben Männer die eine Behinderung haben wie wollen wir das Ganze im Parlament abbilden die Fragen das ist genau das kommunistische Problem wenn du sagst die eine Gruppe unterdrückt die andere und wir wollen jetzt Gleichstellung dann kommt noch mal eine Gruppe und sagt ja wir sind aber auch unterdrückt dann kommt noch mal eine und sagt wir sind auch unterdrückt und wenn du es allen gleich recht machen willst bist du bei der Gleichmacherei und das wir kennen es ja von der DDR wohin das geführt hat also gleiche Chancen ist wichtig und Gleichstellung ist ein Problem also ich sehe es auch so sagen wir mal ich stelle mir jetzt vor ich wäre eine Frau und würde aufgrund meines Geschlechtes eine bestimmte Position beziehen also ich habe überhaupt kein Interesse irgendeine bestimmte Position zu beziehen übrigens also ich bin eben kein Vorstand von einem DAX notierten Unternehmen ich will da auch nicht sein aber angenommen ich wäre eine Frau und würde aufgrund meines Geschlechtes so sein ich würde mich jetzt nicht wohl fühlen ich weiß nicht ob ich das jetzt als Mann sagen kann aber ich wie gesagt ich habe ja keinen Privileg davon ich denke nur einfach ganz klar habe ich das Gefühl ich würde es nicht wollen das würde sich ganz unangenehm anfühlen aber das kann ich natürlich jetzt nur aus der Entfernung sagen ja das Beispiel im Bundestag warum sind da mehr Männer also ich zum Beispiel ich will nie Politiker werden ich finde es einen total scheiß Job weil es ist super stressig du musst manchmal eine Meinung vertreten und eine politische Haltung die du gar nicht hast aber für die Fraktion ist es wichtig dass du die auch hast du musst dich ständig verleugnen du musst vor den Medien ein bestimmtes Image abgeben du kannst gar nicht authentisch sein du bist nonstop unterwegs kannst deine Kinder kaum sehen musst noch am Sonntag um 16 Uhr zu irgendeinem Termin gehen so einen Job finde ich total übel den will ich nicht machen und ich verstehe jede Frau die sagt will ich nicht machen ich bleibe lieber bei meinen Kindern verbringen mit denen Zeit als so einen Politikerjob zu machen ich würde auch viel lieber ständig Zeit mit meinen Kindern verbringen als irgendeinen Job zu machen vor allem kein Politikerjob aber jetzt kommen die Feministinnen ja die Gleichstellungsfeministen nicht die Gleichberechtigungsfeministinnen die Gleichstellungsfeministinnen à la Franziska Giffey und auch Katharina Barley und sagen wir wollen Parité im Bundestag 50-50 und das macht einfach keinen Sinn weil und das ist das Problem das du vielleicht einsprichst na dann kommen da Frauen im Bundestag die einfach dadurch dass sie gar nicht so viel Zeit verwendet haben auf den Beruf weil sie es gar nicht wollten vielleicht auch gar nicht so kompetent sind wie es ein vergleichbarer Mann wäre der gewählt wird und auch von den Meinungen her weißt ein Politiker hat ein bestimmtes Spezialgebiet jetzt arbeitet er sich da ein in seinem Kreis und so weiter und dann sollte dann will der in seinem Kreis wollen die den wählen ja weil der sich in dem Bereich der für den Kreis am wichtigsten ist super auskennt ja weiß ich Kohle Industrialisierung IT wie auch immer aber jetzt kann der nicht gewählt werden weil die Männerquote schon erfüllt ist jetzt muss man eine Frau wählen wo man nicht weiß ob die diese Qualifizierung hat aber sie muss als Frau rein und das ist ja das da traut sich das traut sich ja keiner zu sagen weil das ist ja auch das woran der Kommunismus kaputt gegangen ist durch die Gleichstellung haben die sich halt immer überlegt nee der ist Kapitalist den holen wir da nicht rein wir holen den Proletarier rein der ist Kapitalist dann tun wir nicht ins Management wir tun den Proletarier rein der ist Kapitalist nee wir tun meinen Parteifreund in diese Managementposition weil der ist kein Kapitalist ja und so hast du immer mehr Leute in Schlüsselpositionen gehabt die die Kompetenz nicht hatten und dann ist das Ganze zusammengebrochen ja ich höre schon den Aufschrei du sagst Frauen haben nicht die Kompetenzen wie Männer das ist dann der Vorwurf genau also ich denke es gibt ja so es gab ja diese diese wissenschaftliche Untersuchung in in skandinavischen Ländern man hat sich angeschaut welche Länder sind denn am weitesten mit der Gleichberechtigung und Gleichstellung und das sind die skandinavischen Länder und da gibt es so einen Index nachdem die eingeordnet werden dann hat man sich angeschaut okay in den Ländern die weit vorne sind in der Gleichberechtigung oder sogar Gleichstellung welche Jobs wählen denn da die Geschlechter und in den Ländern wo die Gleichberechtigung sage ich jetzt mal am weitesten ist wählen die meisten Frauen typische Frauenberufe und die meisten Männer typische Männerberufe in den Ländern wo aber die Gleichberechtigung sehr niedrig ist wie Iran zum Beispiel machen mehr Frauen diese STEM-Berufe wie Mathematik Ingenieurwesen und so weiter als in den skandinavischen Ländern und das heißt je mehr die Geschlechter die gleichen Chancen haben umso mehr wählen sie die geschlechtertypischen Berufe weil es etwas gibt einen Faktor den man nicht weg reden kann und das ist Biologie und Frauen und Männer haben einfach von der Kindheit her schon ganz andere Ausrichtungen zum Beispiel der Gerald Hüther dieser Neurowissenschaftler und da gibt es auf YouTube einen tollen Vortrag von dem warum Jungs und Mädchen unterschiedlich sind er sagt dass kleine Babys die schauen dir immer in die Augen die Mädchen und die Jungs als Babys die schauen rum die orientieren sich was sich bewegt was durch den Raum geht genau und das zeigt schon dass vom Gehirn her die Mädchen die Babymädchen in die Bindung gehen und die Jungs ins Räumliche er begründet das ja auch schön genau er begründet das auch schön finde ich dass er eben sagt dieses Gehirn befindet sich in einem hormonell anderen Milieu es muss sich einfach anders entwickeln genau jetzt kommt aber das Problem es wird so interpretiert dass die Mädchen empathisch sind weil sie schauen dich an als kleines Baby bei den Jungs als Baby die in den Raum schauen und quasi ihr räumliches Sehen trainieren und sich an Dingen orientieren sagt man die sind nicht empathisch die haben ein Defizit dabei haben Jungs den Vorteil dass sie sich halt räumlich schneller orientieren als Mädchen in der sehr frühen Phase und daher kommt es auch dass Mädchen sich eher mit Menschen beschäftigen das ist neurologisch angelegt und Jungs eher mit Sachen deshalb werden Frauen auch lieber Medizinerinnen da haben Frauen einen Überhang am Krankenhaus auch in der Erziehung während Männer eher Autos bauen Raketen Computerprogramme programmieren die beschäftigen sich eher mit Dingen oder abstrakten Sachen wie Software zum Beispiel ja ich finde es schön wenn jemand von so einem Rang und so einem wissenschaftlichen Standing in solche Sachen irgendwie auch begründen kann bei mir als Laie fällt es halt schwer ich habe meine Erfahrung als Vater die das unterstützen aber die sind halt statistisch jetzt nicht relevant und ich will mich da auch nicht festnageln lassen weil ich mache einfach die Erfahrungen Punkt ich sehe früher dachte ich auch dieses Fußballspielen und beim Bagger stehen bleiben und Autos mögen das ist sozialisiert aber als ich dann Vater wurde merkte ich nee das ist nicht sozialisiert ich ich kann mit Autos nichts anfangen ich hasse Fußball Bagger interessieren mich nicht und alle Jungs müssen dort stehen bleiben und sich das angucken die immer Fußball spielen und mein jüngster Junge der könnte den ganzen Tag Autos auseinandernehmen und zusammenbauen und die Kisten mit Autos der spielt nur Autos das das ist nicht sozialisiert das ist viel zu früh also das kann nicht sein weil ich damit auch überhaupt keine Verbindung habe es ist immer noch nicht statistisch relevant und natürlich gibt es auch die Mädchen die mit Autos spielen und die Jungs die mit Menschen können und Puppen spielen also das ist ja jetzt kein Schwarz-Weiß was wir betreiben sondern es ist nur eine Spurensuche es ist nur was nehmen wir wahr was ist oder was wird begründet irgendwie durch Wissenschaft und so weiter also es ist ja man muss natürlich immer aufpassen bei so Biologismen ja das was der Gerald Hüther da sagt was er aus der Neurowissenschaft heraus ableitet da muss man mal aufpassen ja also wir sind ja auch nicht reproduzierbar auf unser biologisches Wesen und ich selber denke dass es also ich kenne ja auch Frauen die in den STEM-Feldern sind ja Programmiererinnen und also das sind auch keine Frauen die jetzt nicht feminin sind ja also manche davon sind super feminin würde ich jetzt mal sagen andere wieder sind weniger feminin ja die haben vielleicht eher was männliches und ich glaube so das Interessante ist was ist biologisch determiniert und determiniert es uns wirklich ja und was sind die Archetypen also was ist das was über die Evolution Teil unserer Gesellschaft geworden ist zum Beispiel Ratten haben Angst vor Katzen Selbst eine Ratte die in ihrem Leben noch nie eine Katze gesehen hat wenn du die mit Katzenduft besprühst kriegt die Angst das ist bei ihr instinktiv ist das der Archetyp Katze als Gefahr da wenn die den Geruch wahrnimmt und so haben wir Menschen über die Evolution die Archetypen Mann und Frau Vater und Mutter in uns und dann ist die Frage als Frau weißt wie viel von dem Archetypen Mann kann ich übernehmen um eine komplettere Person zu werden und da mal bei ich denke dein Posting war für die Gleichstellungsfeministin ein Affront weil du als Mann dich hingestellt hast gesagt hast was du dir wünschst dann noch den Begriff Freiheit gebracht hast und dann war es bei denen aus weil das ist doch das männliche diese Freiheit die Frau ist traditionell sozial eingebunden kümmert sich um die Brut um die Aufzucht zusammen mit den Verwandten mit den anderen Frauen der Mann geht jagen um jetzt mal dieses primitive Klischee zu bemühen aber dadurch dass der Mann halt weniger sozial eingebunden war in seinem engen Umfeld sondern eher dann beruflich heute auch global unterwegs ist Leute in anderen Kontinenten kennenlernt und merkt die haben alle die gleichen Bedürfnisse wie wir in Europa auch die Chinesen und die Brasiliaren im Endeffekt jetzt denen wie uns der kommt dann nach Hause und hat diese Freiheit dass er erkennen konnte wie es außerhalb des engen Familienumfelds ist diese Freiheit hat halt eine Frau oder Mutter traditionell nicht Ja also das das Gefühl hatte ich auch wo ich merkte von mir die kennen mich ja überhaupt nicht und ich spreche davon ich wünsche für mich für mich oder für meine Söhne und für uns wünsche ich ein Leben in Freiheit die kennen mich überhaupt nicht die wissen überhaupt nicht was ich erlebt habe also die wissen auch überhaupt nicht welche Gewalt ich von Frauen erlebt habe und welche Einschränkungen welchen Zwängen ich ausgesetzt war und wie ich überhaupt diese Zeit gebraucht habe daraus auch zu erwachen ein anderer Kommentar bezog sich darauf auch der sagte der hat dann nochmal zitiert das ist jetzt hier nicht der jetzt von mir nochmal zitiert hat aus meinem über mich wo ich sagte dass ich drei jahrzehnte gebraucht habe um zu einem nein zu finden um wieder zu einem nein zu finden oder überhaupt zu einem nein ja also wirklich in meinem Leben war es ein signifikanter Einschnitt die Trennung von der Mutter der meisten meiner Kinder was ein nein ist ein nein zu dieser Partnerschaft ein nein zu dieser Frau und das konnte ich nicht also ich war da ja auch fast ein jahrzehnt drin ich sag jetzt mal aus der perspektive gefangen das konnte ich überhaupt gar nicht sehen und das ist eine absolut intime öffnung von dem was ich erlebt habe und dort hinzustellen und zu sagen ich hab da wirklich immens verletzungen erlitten und konnte nach drei jahrzehnten zu einem nein kommen was auch Bestand hatte und das dann bezieht sich jemand drauf und sagt bloß nicht jetzt irgendwie ihr hattet doch alle Freiheiten so wie du sagst ihr Männer und so ihr alten weißen ährelsen Männer das ist so verrückt dass das in Frage gestellt wird was ich erlebt habe und was mich ausmacht das darf nicht sein das ist also ich finde auch im klinischen Sinne verrückt also da ist eine Pathologie in der Gesellschaft und ich habe dasselbe erlebt wie du dass ich nach der Trennung erst gemerkt habe Moment ich durfte immer nur Vater durch die Mutter meiner Kinder hindurch sein das ist eine gute das hätte ich genauso kann ich auch sagen genauso und durch die Trennung hat sich das separiert in ein Vatersein an sich genau also meine Aufgabe war sozusagen immer der Mutter mit den Kindern zu helfen aber es war nie die Rede dass ich einfach der Vater der Kinder bin und direkten Zugang zu den Kindern habe und kurz nach der Trennung hatte ich das erste Mal die Kinder am Wochenende für mich alleine und davor hat sich alles immer so gestresst mit den Kindern angefühlt und dann war ich am Wochenende mit denen und habe gemerkt das ist ja überhaupt nicht stressig mit den Kindern wie kann das sein das war bei mir ganz genauso nur dass es vor der Trennung war und wirklich ein Stein auf dem Weg hin zur Trennung ein Schritt auf dem Weg dass ich festgestellt habe wenn ich mit denen mal vier Stunden alleine bin also wirklich ohne die Mutter wie leicht es sich angefühlt hat und wie lebendig und in Verbindung sein mit den Kindern da habe ich gemerkt davon will ich mehr und das ging in meinem Fall leider nicht mit der Mutter der Kinder zusammen genau und ich habe genau dasselbe gemerkt ich habe mir Moment die Kinder haben mich eigentlich nie gestresst das war meine damalige Frau weil die immer erwartet hat dass ich für sie da bin damit sie mit den Kindern zurecht kommt dass sie das mit den Kindern hinbekommt aber es hat sie überhaupt nicht interessiert ob ich eine Beziehung unabhängig von ihr zu den Kindern habe ich durfte quasi keine unabhängige Beziehung zu den Kindern haben die war nach der Trennung da und plötzlich war alles total leicht weil es war die direkte Bindung zu den Kindern da ich konnte diese Beziehung mit den Kindern führen ab da hatte ich nie wieder ein Stress Gefühl mit den Kindern wenn mich da Leute ansprechen sagen oh Zwillinge sie haben Zwillinge das ist ja stressig nein das ist überhaupt gar nicht stressig daran und dann ist halt das Problem dann erlebst du das und dann kriegst du von der Gesellschaft so wie du in deinem Posting gesagt ja Moment ihr seid doch die Patriarchaten ihr seid die Unterdrücker ihr macht die Frauen fertig ihr lasst uns nicht in die Arbeitswelt gehen ihr seid doch hier die Bösen und Schlimmen und wir erleben nee Moment die zumindest die Frauen mit denen wir zusammen waren und mit denen wir Kinder haben die haben uns unterdrückt die wollten uns nur als Mutterdiener haben die für sie da sind damit sie Zeit mit den Kindern die Schelte die du bekommst ich höre es schon aber ja es konnte nie genug sein von allem es konnte nie genug Geld nie genug Arbeit sein nie genug da sein nie genug arbeiten zu Hause machen nie genug im Garten gießen nie genug irgendwas einkaufen alles kann nie genug sein ja und dann du dummer dummer alter weißer wütender Mann befreist du dich daraus na dann kommen wir jetzt mit unserer Gleichstellungs Feminismus und knüppeln dich erst recht zusammen damit du bitte schön klein bleibst Unterhalt zahlst weil es gibt so viele extrem viele Unterhaltsbrenner in Deutschland und das ist Gewalt das ist ja Gewalt ja du meinst halt das was dann die Ideologie mit dir macht ich meine ja genau das ist ja jetzt seit Neuestem ist es Gewalt wenn man zu wenig Geld hat um Kindesunterhalt zu zahlen ist man Gewalttäter genau aber die Gewalt auch wenn man wenn man zum Beispiel fast 50% die Kinder betreut aber es ist trotzdem Gewalt genau wenn du jetzt 49% die Kinder betreut musst du immer noch den vollen Kindesunterhalt zahlen das ist ja richtig so weil du bist ja zu 100% ein alter weißer wütender Mann aber nur zu 49% Vater also was willst du ja und übrigens nicht nur ich bin dumm und sondern auch jemand schrieb dann auch ich lese nochmal weiter manchmal ärgere ich mich heimlich dass ich nicht so ein strunzdummer Esoteriker bin und einen Haufen Kohle an noch dümmere Esos verdiene an noch dümmeren Esos verdiene dann geht drunter und kommen esoteriker ja ja plötzlich waren alles Esoteriker also aufgrund meines Posts und meines über michs auf meiner Seite waren wir alles strunzdumme Esoteriker und ich verdiene und ich verdiene übrigens einen Haufen Kohle an noch dümmeren Esos was mich überrascht weil ich weiß gar nicht wo die hinfließt die Kohle ich sehe die gar nicht und jemand beantwortet das ja dieser Threat ist unerträglich esoterisches Ego und jemand drunter noch er präsentiert sich als der neue Messias Sandro ich habe dich überholt ich bin der neue Messias ich bin anerkannt du machst so ich bin der neue Messias du ein freudser Versprecher also wenn du es so machst dann bist du der Satan der sich als Messias ja genau ich habe dich überholt und siehst du doch sobald du auf dem Originalpost bist wo ein Haufen von Markus weiblichen Homies noch mehr solchen Unsinn labern geht es jetzt wieder darum dass ja nur nicht die Männer die bösen sind oh Gott dieses ganze Ego eh so geschwafelt der Kommentierenden wird immer schwurbeliger Punkt 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 dann kommt ein Kommentar oder so eine Verzerrung mein weiblicher Schuss ist gekränkt vor der toxischen Männlichkeit so das war jetzt noch so der Rest von den Kommentaren das ist eigentlich pure Satire heißt aber wenn man sich auf Facebook bewegt dann merkt man wie viele solche irrsinnigen Kommentare da eigentlich gemacht werden also es ist ein Phänomen das das schon um sich gegriffen hat und tatsächlich ja auch so was ich jetzt erlebt habe Punkte was du ja in der Vergangenheit auch erlebt hast mit Profilen wo keine richtigen Namen wo keine Bilder drin sind und mein wir können auch gleich mal zu dir kommen aber ich sage noch einmal meinen Artikel mein Artikel sah so aus was natürlich auch Anstoß fand weil es ist ja richtig narzisstisch so Bilder von sich jetzt hier zu posten und es ist ja wirklich die Absicht mein Gesicht mein Name es ist alles offen ich bin offen ich sage wie es mir geht um was ich mir wünsche und dann die meisten hässlichen Kommentare und so weiter kommen ja von Leuten die wo du nicht erkennen kannst wer das ist kein Name kein Bild nichts das hast du ja auch viel erlebt ja diese Fake Profile ja wobei es gibt auch Leute mit Name und Bild die dann den gleichen Mist schreiben also ich habe nur eine Tendenz ich habe eine Tendenz da bemerkt also also überhaupt diese Diskrepanz wollte ich mal herausheben ich stehe mit meinem Gesicht du stehst mit deinem Gesicht deinem Namen da sagst so geht es mir das habe ich erlebt und das wünsche ich mir für unsere Welt und dann gibt es so viel von so vielen die so viel zu verbergen haben ja so viel Hass und so viel Unbill hohen Spott ja das ist ja das wo du halt auch mutig bist weißt also ich denke nicht dass du weniger mutig bist du bist vielleicht noch weniger häufig mutig ja aber du bist mutig und das ist auch ganz dringend nötig weil was wir jetzt gerade erleben ist dieser Umbruch der Kommunikationsräume ja ich würde Medienlandschaft ist noch zu eng zu eng gefasst durch Social Media ja durch Facebook Twitter YouTube Instagram und so weiter wurde im Grunde jeder seine eigene ARD seine eigene Süddeutsche oder Zeit sein eigener Radiosender und so weiter und ja das ist plötzlich da und ich sage mal jeder Volltrottel und jede Volltrotteline kann jetzt Sender spielen und kann potenziell die ganze Welt erreichen dann hast du da halt auch Leute die unerfahren sind also ich bin ja habe vier Jahre als freier Journalist gearbeitet zum Beispiel und bin jetzt Marketingberater ich weiß wie Kommunikation funktioniert ja ich habe das gelernt trainiert ich habe das gesehen welche Sachen welche Auswirkungen haben und so weiter ja und jetzt muss es quasi jeder einzelne lernen und dann hast du halt einfach Leute die können du schon ein bisschen besser und andere die sollten es eigentlich gar nicht können aber sie machen es ja und da liegt eine Chance und auch eine Gefahr drin weil du hast jetzt halt dieses ganze Wirrwarr du hast diesen ganzen Irrsinn da der jetzt hochgeschwemmt wird und in der Öffentlichkeit ist oder in dieser Halböffentlichkeit von Facebook Twitter YouTube ist dann noch öffentlicher und es muss jeder lernen wie ich kommuniziere und auf der anderen Seite ist es so einfach geworden zu sagen ja das ist Hetze weg damit und wenn du dann halt in einer Gruppe drin bist wo ein Admin findet das ist Hetze was du da schreibst obwohl du kein sachlich was da schreibst dann kicken die dich raus und dann ist halt die Frage okay so eine Facebook Gruppe wie viel Meinungsfreiheit gibt es da eigentlich und das ist auch so was was man gerade austarieren muss und da sehe ich die Herausforderungen du bist du bist ja auch dir wird ja vorgeworfen da dich ja jetzt alle kritisieren auch die die dir wohlgesonnen sind also auch ich wobei ich mich jetzt gar nicht erinnern kann aber jemand hat das ja getwittert da dich jetzt alle kritisieren solltest du ja darüber nachdenken ob das was du da machst vielleicht nicht doch falsch ist diese Hetze und diese Diffamierungskampagnen die du fährst also dass du dich jedenfalls verrennst was dir ja ich erinnere mich eigentlich seit von Anfang an eigentlich vorgeworfen wird dass du dich verrennst bist du verrennt Sandro also das ist auch wieder so was es wird nicht sachlich begründet sondern es wird gesagt er verrennt sich er sollte souveräner sein nimm doch mal die Kritik ernst wobei man einfach nur sagt du verunglimpfst mich oder du verleumtest mich und dann fragt man ja wieso ja nimm mal meine Kritik ernst und wie willst du auf ein Gefühl antworten das ist ja das Problem wenn jemand sagt hey das ist Hetze was du machst und du fragst wieso ist es Hetze dann sagt er es ist schlecht was du machst und dann fragst du ja aber warum erklär mir doch mal warum ist es Hetze das heißt ein Gefühl ist ja kein Argument du darfst ja deine Gefühle haben du darfst dich so fühlen okay aber erklär doch mal warum fühlst du dich so warum denkst du dass es so ist und dem stellt sich halt kaum jemand dieser Leute weil dann hinterfragst du die ja und die fühlen sich noch mehr angegriffen ja und jetzt passiert ja gerade was wo das aus meiner Sicht deswegen freue ich mich auch dass wir dieses Gespräch eben jetzt mal wieder haben aus meiner Sicht wo das größer wird also vorher klar waren so Leute die ihm gesagt hat der spinnt der Typ ist verrückt irgendwie dann hast du dann haben wir ja immer Leute auch gesperrt für die Seite die einfach dann immer wieder völlig unsachlich und zusammenhanglos und alles mögliche und unter der Gürtellinie kommentiert haben aber jetzt gerade wird das ja irgendwie größer auf eine Art sag ich mal oder kann man das so sagen ja ja das ist auch das Thema Vater sein und Männerhass weil ich als Vater habe mir ja erlaubt meine Kinder so zu erziehen dass sie wissen was ihre Grundrechte sind nämlich ich weiß ganz schlimm ich habe im Grunde verfassungskonform denen gesagt dass sie das Recht haben bei beiden Eltern zu leben wohl gemerkt nachdem die Kinder zu mir gesagt haben sie würden nach der Trennung gern bei beiden Eltern leben ja das kam von denen also meine älteste Tochter die hat vor drei Jahren als ich ihr gesagt habe du also das ist jetzt endgültig Papa und Mama trennen sich hat sie gesagt okay das ist schade aber dann haben wir jetzt zwei zu Hause da habe ich so angefangen zu überlegen habe ich gedacht ja genau weil vorher wusste ich nicht wie wir es machen weil ich immer noch gedacht habe okay vielleicht wird es ja noch was ja im Trennungsjahr aber als das Trennungsjahr vorbei war war klar das wird eben nichts mehr und solange das Trennungsjahr nicht vorbei war wollte ich auch nichts ändern ja daran wo die Kinder leben wie viel Zeit die mit wem verbringen aber nachdem meine älteste Tochter das gesagt hat war mir klar okay die sollen zwei zu Hause haben und das war auch in meinem Sinne dann hat mir ein paar Wochen später jemand gesagt du da gibt es so einen BGH-Beschluss Wechselmodell kann gegen die Mutter an Gott gegen den Willen der Mutter gegen den Willen der Mutter ich wusste gar nicht was das Wechselmodell ist dann hat mir das die Person erzählt dann bin ich zu den Kindern die halt da alle gesagt haben ja zwei zu Hause finden wir toll dann haben ich gesagt ja da gibt es so ein Wechselmodell das ist glaube ich genau das ja genau Wechselmodell das wollen wir wir wollen halbe halbe bei euch sein und so weiter gut und da habe ich gesagt ja das ist ja auch so dass die Eltern gleichberechtigt sind das finde ich deshalb auch toll ja und ihr sollt ja auch bei beiden Eltern leben das ist gut für eure Entwicklung finde ich prima und genau das wird mir ja vorgeworfen vom Gericht dass ich mein Vatersein so lebe dass ich meine Kinder über ihre Grundrechte aufkläre und ihnen ja ermöglichen will dass sie bei beiden Eltern leben können so wie sie es sich auch wünschen und dieses das wird dir ja nicht vorgeworfen sondern dir wird ja vorgeworfen dass du sie instrumentalisierst für deine um deine Macht auszuweiten ja im Grunde wird mir ja vorgeworfen dass meine Kinder mein Vatersein gut finden weil wenn die Kinder ja bei mir sein wollen genauso oft wie bei der Mutter dann haben die mich ja genauso lieb wie die Mutter aber das kann ja nicht sein also zumindest verstehe ich so die Lüge des Gerichts so sehe ich es mittlerweile das ist eine pure Lüge dass ich unsere Kinder negativ beeinflussen würde damit die sagen sie wollen bei beiden Eltern sein damit spricht ja das Gericht den Kindern ab dass sie mit mir zusammen sein wollen so oft wie mit der Mutter das ist eine Bevormundung der Kinder also diese Manipulationsthese Hypothese ist eine pure Lüge weil die würde voraussetzen dass meine Kinder eben nicht so oft bei mir sein wollen wie bei der Mutter was sie oft genug einsetzt das erlebe ich ja ich bin ja einen anderen Weg gegangen die Kinder haben zwei Jahre dafür gekämpft ja also auch bis in den mittlerischen Haushalt rein immer wieder zwei Jahre sie haben bei mir auch Tränen geweint weil sie nicht zur Mutter gebracht werden wollten und irgendwann geben die Kinder auf die halten das ja nicht die halten das ja nicht aus diesen diesen Konflikt und geben auf und geben sich geschlagen resignieren das ist halt wirklich furchtbar als Vater dann zu sehen siehst du was ich erlebe ist dass meine älteste Tochter die total mutig war die ja im Mai 2019 zu mir geflohen ist von der Mutter dass die jetzt von einem Verein der sich Väteraufbruch für Kinder nennt dass die jetzt völlig fertig gemacht wird welche Weise findet das statt also vielleicht erstmal zum Verständnis was meine Tochter erlebt hat ist dass sie im März 2017 wurde sie von jemandem im Umfeld der Mutter ins Gesicht geschlagen als sie sagte sie möchte gern bei mir sein und bei meiner damaligen Partnerin und dem Hund sie möchte da öfter leben da wurde sie ins Gesicht geschlagen hat geweint und ist in ihr Zimmer gegangen einen Monat später nachdem das passiert ist ist sie zu mir schon geflohen von der Mutter und noch mal einen Monat später war eine Gerichtsverhandlung wo das Gericht gesagt hat das sei keine Kindeswohlgefährdung das Jugendamt hat es gesagt und die Verfahrensbarstätin auch und dann musste sie zurück zur Mutter als ich ihr das erzählt habe ist sie zusammengebrochen hat auf dem Boden gelegen hat 15 Minuten geweint und hat gesagt sie will nicht zurück und ich musste sie zurückbringen zur Mutter dann hat sie in der Zeit alles mögliche durchgemacht sie hat es ja später berichtet dass sie eingeschüchtert wurde ihr wurde gesagt wenn sie zum Papa geht dann hat sie doch nur noch ganz wenig Zeit mit Oma und Opa mit ihren Cousins und Cousinen und Freunden sieht sie doch dann gar nicht mehr so oft es wurde ja auch gesagt wenn du beim Papa bist kannst du nicht mehr so oft hierher also auch aktiv wurde ja der Angst gemacht immer vor Befragungen beim Gericht wenn es darum ging wo wollen die Kinder leben wurden die eingeschüchtert von der Mutter und ihrem Umfeld und im Mai 2019 hat sie es nicht mehr ausgehalten ist zu mir und hat dem Gericht gesagt und auch geschrieben sie hat Angst ihren Papa nie wieder zu sehen sie will bei mir leben und diese Angst war begründet weil ab dem Tag wo sie zu mir floh hat die Mutter die anderen drei Kinder nicht mehr zu mir gelassen und das Gericht hat die Mutter dann auch unterstützt mit den Beschlüssen und so weiter das gab ja mit den begleiteten Umgängen dann auch zu der Zeit genau also die drei anderen sollten bei der Kinder bleiben per Gericht aber das führt jetzt zu weit das Ganze noch zu erläutern auf jeden Fall hat dann das Gericht das Amtsgericht dann schlussendlich entschieden dass ich das aufmerksbestimmungsrecht kriege für die älteste Tochter und die bei mir leben darf und das hat die alles durchgemacht und dann hat sie natürlich sich überlegt wie kann sie ihren Geschwistern helfen erlebt haben und jetzt nicht rauskommen dann hat sie mich gefragt Papa was kann ich machen da habe ich gesagt du könntest die Verfahrensbeiständin fragen ob sie dir hilft bei einer Verfassungsbeschwerde das hat die Verfahrensbeiständin abgelehnt das haben wir per E-Mail sie würde kein Grund dafür sehen weil die älteste Tochter ja bei mir leben darf und damit ist das Thema ja erledigt krass und da hat meine älteste Tochter aber geschrieben Moment aber meinen drei Geschwistern diese Leugnung diese Leugnung ja und dann hat meine älteste Schwester mich gefragt Papa älteste Tochter Papa kann ich das selber schreiben und ich habe gesagt ja kannst du mir helfen und ich habe gesagt ich kann dir helfen dann wollte sie wissen wie sie das mit der Adresse macht und ich habe gesagt du musst ja noch das Aktenzeichen angeben und so weiter also das Formale und ich habe es mit ihr in ihrem Zimmer gemacht und dann hat sie zu mir gesagt Papa geh jetzt raus ich will das jetzt selber schreiben du kennst sie ja ihr habt euch schon gesehen die ist resolut die sagt Papa geh raus ich schreibe das jetzt und ich okay dann bin ich raus dann kam sie später und hat gesagt Papa was war das nochmal also was ist das mit dem Gehör dass die mich hätten hören Anspruch auf rechtliches Gehör Artikel so und so Grund gesetzt sie aha und kommt dann nochmal nochmal welcher Artikel und ich sage dann sie okay und du hast irgendwie gesagt mit der Kinderrechtskonvention ja Artikel 12 die müssen dich anhören in allem okay wie war das nochmal dann habe ich sie gesagt dann hat sie das reingeschrieben ja Artikel 12 der Rest war alles von ihr und was ich da gemacht habe ist ich habe ihr ein Handwerk beigebracht wie wenn sie sagt Papa wie kann ich mir ein Tisch zimmern sage ich ja da hier Holz du brauchst eine große Tischplatte und dann noch vier Füße und hier hast du Schrauben und dann fängt sie an sie sagt geh raus Papa ich mache das selber und dann kommt sie und sagt Papa die Bohrmaschine wie mache ich das und sage ich ja hier guck so machst du sie an pass auf dass du nicht hier reinkommst und so weiter und dann baut sie diesen Tisch und ich bin der ich bin der von der Vereinigung der Tischler und ich sage zu dir hier du spinnst das Kind hat den Tisch niemals selber gebaut das kann ja kein Kind ja das ist ja das was dann passiert ist jetzt jetzt war es so dass ein Vorstand vom Väteraufbruch für Kinder in Frankfurt der hat nachdem ich ihn mal kritisiert habe hat er gesagt ja der Sandro der hat seine Kinder manipuliert das ist völlig klar das sei seine Meinung da habe ich dann mit ihm argumentiert in Facebook-Kommentaren ist ja okay er hat immer geschrieben vermutlich und meine Meinung und so weiter darf er ja haben aber dann kam dieser Punkt in dem er geschrieben hat als Tatsache dass ich meiner Tochter nicht erlauben würde im Wechselmodell bei der Mutter zu leben und das hat er nicht als Vermutung sondern als Tatsache man stelle sich vor dieser Verein heißt Väteraufbruch für Kinder und jetzt gibt es da ein Kind das selber aufbricht von der Mutter zum Vater nachdem es zweieinhalb Jahre das erleiden musste dass sie nicht im Wechselmodell leben konnte so wie sie es wollte von Anfang an das hat auch 2017 im Mai ein Psychologe festgestellt das wusste auch das Gericht das hat aber niemand interessiert und jetzt bricht dieses Kind auf so wie sie es der Väteraufbruch für Kinder wünscht dass ich ja für das Wechselmodell einsetze für die Doppelresistenz jetzt bricht dieses Kind auf geh zu mir und ich sage ja wie willst du es haben hat sie gesagt ich habe Angst dass ich dich nicht mehr sehe ich will bei dir leben dann sage ich ja wie wie oft willst du bei mir leben sie will gerade nicht so oft zum Mutter weg dem was sie erlebt hat was ja auch verständlich ist ja diese körperliche Gewalt diese psychische Gewalt gut in Ordnung hat sie gesagt sie möchte erst mal nur jedes zweite Wochenende so wie es halt typisch ist ja Residenzmodell das hat sie nicht gesagt Residenzmodell sondern jedes zweite Wochenende dann gab es eine Gerichtsverhandlung da habe ich das eingebracht und sagen das Jugendamt und die Mütter nee nur drei Stunden jeden Freitag und das hat dann auch das Gericht beschlossen und so ein Kind sagt dann ein Kreisvorstand vom Väteraufbruch der Kinder ich würde sie nicht im Wechselmodell leben lassen und verkennt völlig was das Kind erleidet hat um sich für das Wechselmodell einzusetzen und es ist ja faktisch völlig falsch weil du hast ja auch anfangs immer betont dass du dir nicht wünschst dass alle Kinder bei dir leben sondern dass du dir wünschst dass die Kinder unbeschränkten Zugang zu beiden Elternteilen hast also das war ja immer das was du betont hast in jedem Artikel in jedem Video genau und auch jetzt ist mein Ziel immer noch dass auch die älste Tochter die bei mir lebt irgendwann wenn sie es kann seelisch psychisch wenn sie es will auch wieder heftig bei der Mutter lebt weil sie braucht ihre Mutter es ist wichtig dass sie sich mit ihrer Mutter auseinandersetzt dass ihre Mutter sich mit ihr auseinandersetzt dass die zwei das hinbekommen das nützt ihr am allermeisten wenn sie das mit ihrer Mutter machen kann das ist mein Ziel und das zweite was mir dann von diesem Kreisvorstand des Federaufbruchs für Kinder vorgeworfen wird ist dass meine älteste Tochter nie und nimmer diese Verfassungsbeschwerde selber verfasst hat sondern dass ich sie manipuliert hätte ihr das diktiert hätte und sie das dann quasi abgeschrieben hat du hast sie sogar gezwungen es handschriftlich zu formulieren deine Verfassungsbeschwerde genau und man stelle sich vor der Verein heißt ja immer noch Federaufbruch für Kinder und wenn jetzt ein Kind aufbricht und sagt ich würde gern was machen damit meine Geschwister auch geschützt werden vor der Mutter die das Wechselmodell verhindert mit psychischer Gewalt und im Umfeld der Mutter auch mit körperlicher Gewalt was kann ich tun und ich kläre sie über ihre Grundrechte auf und die Verfahrensbeistellung verweigert ihre Hilfe und ich helfe dann meiner Tochter und dieser Federaufbruch für Kinder sagt dann das kann nie und nimmer sein dass eine Elfjährige eine Verfassungsbeschwerde schreibt dann können wir es ja gleich vergessen weil wenn dann ja mal ein Kind aufsteht und sagt okay ich will da was machen von sich aus und dann kommt der Federaufbruch für Kinder und agiert wie ein Väterdiskriminierer gegen Kinder und sagt nee das ist manipuliertes Kind dann haben Kinder ja überhaupt keine Rechte in Deutschland weil genau das habe ich ja erlebt was die Verfassungsgerichte machen die Amtsgerichte und die OLGs die bevormunden alle die Kinder und wenn ein Kind seine Grundrechte einklagen will wer steht dann an seiner Seite der Verfahrensbeistand wer bestimmt den Verfahrensbeistand der Richter der Richter ist der Staat Grundrechte sind aber dazu da um jemand gegen den Staat zu schützen ja der Kind kann sich in Deutschland gar nicht gegen den Staat schützen weil der Staat sucht die Person aus die dem Kind helfen soll sich gegen den Staat zu schützen das macht aber diese Person nicht weil der Richter die Person ausgesucht hat dann müsste ja der Verfahrensbeistand der vom Richter ausgesucht wurde eine Verfassungsbeschwerde für das Kind machen die gegen den Richter ist der den Verfahrensbeistand ausgesucht hat aber aber dadurch dass halt ich gesehen habe okay es gibt diese Grundrechtsmündigkeit ein Kind ist ja ein Mensch und die das Grundrecht gilt für alle Menschen egal wie alt du bist da ist keine Altersbeschränkung drin bei ein paar Sachen schon aber nicht bei den ganzen grundsätzlichen Grundrechten deshalb kann ein Kind immer eine Verfassungsbeschwerde machen man guckt sich halt an je nach Alter kann das Kind es verstehen was es da an das Gericht schreibt und deshalb ging es auch dass sie das selber macht und jetzt kommt der Federaufbruch für Kinder man macht genau das was der Staat macht mit seinen Organen Jugendamt und Familiengericht und verhindert Kinderrechte indem sie behaupten nee Kinder sind manipuliert wenn sie für ihre Kinderrechte eintreten das kann gar nicht sein dass die das wollen das ist mir auch so krass aufgefallen dass diese Argumentationen sich so gleichen wo ich wirklich überrascht war wo ich zweimal lesen musste wo kommt der jetzt her wen vertritt der das ist ja wirklich die gleiche Argumentation das kannst du ich mach mal ein Screenshaling das kann man ja auf Twitter kann man das ja nachlesen ich hab ja das ganze Thema so jetzt müsste es kommen nee aber was ist das hier ich sehe Twitter siehst du Twitter ah ja ok hab gerade befürchtet dass du den anderen Screen siehst das wäre schlecht gewesen ok genau da habe ich hier in meinem Post eben diesen VfK-Vorstand Markus Gnau der behauptet hat ich würde meine älste Tochter nicht im Wechselmodell leben lassen wollen bei der Mutter da habe ich ein Video gemacht dass ein anderer Verein nämlich der Väter ohne Rechte Verein der im Grunde analog zum Väteraufruf für Kinder in Österreich der Verein ist dass die Stellung genommen haben dazu dass man Artikel über diesen VfK-Vorstand in der Facebook-Gruppe von Väter ohne Rechte gelöscht wurde ohne Begründung und da hat eben dann der Vorstand des Väter ohne Rechte Vereins Stellung genommen in einem Kommentar auf YouTube und darauf habe ich halt hingewiesen und habe dann in einem Folgetweet habe ich dann den Väteraufbruch hier selbst ja und diese Initiative Doppelresidenz vom Väteraufbruch für Kinder darum gebeten da mal Stellung zu nehmen ja indem ich gefragt habe ob die denn das gut finden ja ob das mit der Initiative Doppelresidenz Org zusammenpasst weil die setzen sich ja fürs Wechselmodell ein aber der Vorstand Markus genau des Väteraufbruch für Kinder der hinter der Initiative Doppelresidenz steht der behauptet hier Dinge über ein Kind das sich zweieinhalb Jahre für das Wechselmodell eingesetzt hat dass ich quasi dieses Kind jetzt nicht im Wechselmodell leben lasse und ich habe das angesprochen genau ein Kind ins Heim stecken lassen zu wollen bezieht sich auf einen Teil des Kommentars der eben sagt er rät dazu dass das Gericht langsam mal überprüfen sollte ob das Kind eben nicht mehr beim Vater aber vielleicht auch nicht bei der Mutter leben sollte das hat er auf Facebook geschrieben muss man sich mal vorstellen als ein Kind das zweieinhalb Jahre kämpft ins Wechselmodell zu gehen immer wieder eingeschüchtert wird und von seinem Wunsch abrückt dann nach zweieinhalb Jahren endlich den Mut hat zum Vater zu gehen was eine irre Leistung war eine mutige Leistung und dann sagt jemand vom Väteraufbruch für Kinder naja da müsste man ja dann schon überlegen wenn der Vater so mit seinem Kind umgeht ob man das dann irgendwie fremd unterbringt im Heim und ich habe dann gedacht okay die von Doppelresidenz.org oder dann der Bundesverein ja Väteraufbruch für Kinder die werden da gar nichts schreiben oder im besten Fall wir schreiben wir gucken uns das gerade genau an und nehmen dann Stellung aber was dann kam war dann diese Antwort lieber Herr Groganz wie auch auf anderen Kanälen beteiligen wir uns nicht an ihren Verunglimpfungskampagnen und Aktionen bei denen sie anscheinend ihre Kinder aus dem Blick verloren haben das ist wirklich verrückt ja und dann als Verunglimpfungskampagnen okay irgendwie noch schlecht aber könnte ich noch irgendwie sagen okay die machen die rein dicht die müssen da als Gruppe zusammenhalten ja die ich kritisiere einen aus dieser Gruppe und jetzt halten die zusammen ja und sehen mich da als fein und stoßen das von sich ab okay aber dann dieser Teil dass ich anscheinend meine Kinder aus dem Blick verloren habe was hast du denn dann im Blick ja nur meine eigenen Interessen natürlich das ist das was dann kommt und welches sind die eigentlich dann deine eigenen Interessen ich vermute mal dass ich das Wechselmodell nur will um Geld zu sparen also das ist eine Vermutung aber das sagt jetzt doppelresidenz.org dass du vermutlich das sagen die nicht ja ich weiß aber was die da machen ist das was du halt an was glaube ich viele Väter auch zum Teil Mütter kennen vom Familiengericht und Jugendamt du wirst entwürdigt als Elternteil man sagt ja das ist zum Beispiel beim Klaus Fiegel in dem Wechselmodellbeschluss vom BGH steht es drin der vom 1. Februar 2017 dass er nur das Wechselmodell im Blick hätte und nicht des Kindeswohl das heißt du bist kein guter Elternteil du wirst hier entwürdigt ja Artikel 1 Grundgesetz der BGH sagt es und so macht es hier auch Doppelresidenz Org mit mir die sagen ich hätte meine Kinder nicht im Blick entrechten mich im Grunde damit sagen ja wozu braucht man den Vater der seine Kinder nicht im Blick hat und bereiten so quasi den Weg vor für meine Entsorgung als Elternteil dadurch werde ich hier entrechtet wohlgemerkt durch eine Initiative die sich angeblich für das Wechselmodell einsetzt und ich würde sagen dass die Doppelresidenz hier aus dem Blick verloren haben dass meine älteste Tochter zweieinhalb Jahre lang für das Wechselmodell gekämpft hat und dann entnervt zu mir geflohen ist entnervt ist ein gutes Wort dafür und dann habe ich genau das eben geschrieben erschreckend dass dieser Tweet von Doppelresidenz viele entsorgte Väter an Jugendamt und Familiengericht erinnern wird denen von diesen Organisationen vorgeworfen wird sie hätten das wohl ihre Kinder nicht im Blick wenn sie das Wechselmodell wollen und Doppelresidenz Org setzt sich ja ein für das Wechselmodell und dann habe ich noch geschrieben der von Doppelresidenz hier betriebene Versuch der Entwürdigung eines Elternteils weil dieser Kritik übt wird gerne auch von Jugendamt und Familiengericht benutzt quasi als nähere Erklärung nochmal genau und dann weißt anstatt es zu reflektieren kommt dann dieser Tweet von dem Markus Witt persönlich der Bundesvorstand ist vom Federaufbruch für Kinder und auch Vorstand oder Hauptsprecher für die Doppelresidenz Org der dann hier schreibt wenn alle selbst die einem wohlgesonnenen Kritik an einem üben dann sollte man zumindest mal in Erwägung ziehen ob diese berechtigt sein könnte das das hat mich dann wirklich enttäuscht ich habe ihn auch persönlich kennengelernt also es ist ja nicht falsch was er sagt wenn Kritik geübt wird dann sollte man in Erwägung ziehen ob das berechtigt sein könnte aber in diesem Zusammenhang ist das wie eine Phrase aus dem Schlagwort Verzeichnis ja eine Phrase sowas kannst du in einem Familiengerichtsbeschluss lesen oder einer Jugendamtsempfehlung und was auch dieser Anfang wenn alle ja Markus du bist auch alle ach so ja also wenn alle Kritik an einem üben also ich auch weil ich bin dir sogar wohlgesonnen und selbst ich übe Kritik an dir ich denke mit alle ist ja auch nicht nur der Planet Erde gemeint oder sind damit auch alle extraterrestrischen Lebewesen das geht jetzt zu weit das geht jetzt zu weit und da müssen wir wissen ob die Kinder kriegen ob da das Wechselmodell eine Rolle spielt bei den Ähnliches aber das enttäuscht mich wirklich also das ist für mich ist das also diese Haltung dieser Standpunkt ist für mich ein Ausdruck von Inkompetenz das ist in dem Sinne Inkompetenz weil es davon zeugt dass man sich mit der Sache überhaupt nicht beschäftigt hat und aus meiner Sicht breitet das Doppelresidenz ja vor also diese Nichtbeschäftigung mit der Sache dieses wir sagen lieber nichts weil wir fürchten uns irgendwie davor oder so wirkt das auf mich ja auf mich wirkt es auch so ähm bemutternd oder bevaternd weißt du paternalistisch lieber Sandro ja also selbst die wohlgesonnenen ja das wird das Wort wohl drin wie beim Kindeswohl ja Markus Witt weiß wer mir wohlgesonnen ist und er weiß was die alle in meinem Wohl für mich wollen ja das ist so dieses Kind ich weiß besser als du was für dich gut ist wenn du sagst du willst Sängerin werden sage ich dir nein studiere Jura ist sicherer ich weiß besser was für dich gut ist und das ist genau das was ja die Familiengerichte machen und die Jugendämter dass die sich paternalistisch aufschwingen und so tun als wüssten sie besser als die Eltern was gut für die Kinder ist und hier weiß Markus Witt viel besser als ich was denn für mich gut ist und was denn jetzt den Blick ja ich denke diese Doppelresidenz Org Tweet hat auch er geschrieben was denn für meine Kinder gut ist und da schwingt so dieses mit als würde ich mich von ihm beraten lassen wollen als wäre das irgendwie so als müsste ich auf ihn hören aber ich habe ihn nie drum gebeten mich in irgendwas zu beraten schon diese Haltung allein ist auch wieder so für Familiengerichte und Jugendamt auf die Art wir müssen sagen was die richtige Erziehung ist und so machen die es ja bei mir die sagen nee der Vater darf nicht mit den Kindern übers Wechselmodell reden der darf die nicht zur Gleichberechtigung erziehen und er darf ihnen nicht sagen dass sie das Recht haben in Gleichberechtigung erzogen zu werden da geht man auch so paternalistisch mit mir um und dann sagt jemand von einer Organisation die sich eigentlich für das Wechselmodell einsetzt ja für das ich sanktioniert werde weil ich es vor Gericht öffentlich und meinen Kindern gegenüber vertrete der sagt dann ich soll doch bitte die Kritik annehmen die er mir frei Haus liefert und es sind auch noch alle wirklich alle ist es dann hast du das Gefühl wir tauchen da irgendwie in neue Ära ein also ist irgendwie alles zu spät langsam oder so jetzt war ganz pessimistisch ausgedrückt also mir ging es spätestens bei diesem Titel wie dir ich fand den total erschreckend abstoßend und extrem enttäuschend was ich hier sehe ist dass der Federaufruf für Kinder und Doppelresidenz Ort die vertreten das Ziel des Wechselmodells ohne Werte wir hatten das ja am Anfang dieses Thema die vertreten das ohne Werte sag nochmal begründ das nochmal also sie haben ein Ziel hinter dem keine Werte stehen die zu diesem Ziel passen okay ich kontrastiere es mal mit meiner Haltung was das Wechselmodell eigentlich ist Haltung jetzt nicht im Sinne von Framing wie hier bei der ARD sondern im Sinne von warum macht das Grundgesetz Sinn und warum wie ich am Anfang gesagt habe ist das Grundgesetz bedingungslose Liebe ich fange mal so an wie du in deinem Post ja was ich mir wünsche ich hätte mir gewünscht vom Federaufbruch für Kinder dass sie sagen okay danke für den Hinweis wir schauen uns das Ganze an dann schauen sie sich es an dann sagen sie okay wir haben die und die Punkte gefunden können wir reden darüber das ist das wie man gleichberechtigt miteinander umgeht das ist ja der Markus Witten Mann und ich bin ein Mann Gleichberechtigung Artikel 3 Absatz 2 da geht es um Gleichberechtigung von Mann und Frau es geht aber auch darum dass wir als Menschen ja gleichberechtigt sind und dazu gehört dass ich respektvoll mit dem umgehe was mir jemand sagt auch wenn es Kritik ist und was ich hier sehe ist dass der Markus Witt der verwendet hier die gleichen Mechanismen wie es Familienrichter machen oder Jugendämter aber auch die Gleichstellungsfeministinnen es wird hier gleich emotional gesprochen von einer Verunglimpfungskampagne das ist so wie bei dir das ist ein Totschlagsargument weil dann muss ja ich sagen Moment wenn ihr sagt das wäre Verunglimpfung und ich aber einen Punkt bringen nämlich dass der Markus genau gesagt hat ich würde meine älste Tochter nicht im Wechselmodell bei der Mutter leben lassen wenn ihr sagt das ist eine Verunglimpfungskampagne dann ist ja dass ihr das sagt eine Verunglimpfungskampagne gegen mich weil ihr nehmt es ja nicht sachlich auf was ich euch da mitteile und dann ist die Diskussion zu Ende weißt weil dann guckt man sich das Problem gar nicht an und so war es ja bei dir auch das habe ich ja auch gemerkt 50% der Zeit ging da für ins Land das ich immer wieder betont habe ich benenne ein konkretes Problem und kritisiere das und ich zeige auch was ich mir wünsche aber das das kommt da überhaupt gar nicht an nee und warum dieser Tweet von Markus Witzer erschreckend ist ist hier ist so diese ich sage mal totalitäre Erziehungsform drin also ich sehe dass er ich sage mal gut deutsch erzogen wurde ich sage jetzt nicht als Nazi sondern auf eine Art und Weise wo noch diese Obrigkeitshörigkeit drin steckt weil was er ja sagt ist im Grunde Sandro wir alle also solltest du auf uns hören ja ja gut weißt wenn das jetzt vor ein paar hundert Jahren die Person gemacht hätte die gesagt hat nee die Welt ist keine Scheibe sondern eine Kugel wenn alle das sagen also an dir Kritik üben solltest du in Erwägung ziehen ob das nicht vielleicht doch eine Scheibe ist dem hat man ja auch gesagt Moment Bibel hier wir die Gelehrten ja alle Gelehrten sagen dir es ist eine Scheibe und die Wohlte sollen sagen du revidiere lieber sonst kommst du ins Feuer oder so genau also der Markus Witt tut hier so wie wenn er ein Sprachrohr ist eine Autorität und sagt ich spreche für alle also für mich nicht damit sind schon mal nicht alle aber ich bin ja sozusagen auf der anderen Seite von alle wie Martin Luther auch ja hier stehe ich nun ich kann nicht anders und das ist ich sehe hier dahinter diese genau die Erziehungsform die ja durch das Wechselmodell durchbrochen werden soll und da sind wir jetzt bei den Werten wenn mein Kind zu mir sagt Papa ich will nicht mehr zur Mama wegen dem was die alles gemacht hat dann verstehe ich mein Kind dann akzeptiere ich das auch aber mein Ziel ist dass mein Kind sich mit seiner Mutter auseinandersetzt wie auch immer und wir einen Weg finden dass es mit seiner Mutter zusammenkommt weil das was seine Mutter macht ist auch in meinem Kind das zu mir geflohen ist mein Kind wird wenn es sich nicht bewusst drüber wird was die Mutter da mit ihm gemacht hat wird es das gleiche mit mir oder anderen machen wir tun immer den anderen das an was die uns angetan haben und wenn ich jetzt hier sehe wie der Markus mit Witt mir das antut was ihm am Familiengericht angetan wurde nämlich wahrscheinlich hat man zu ihm gesagt also Herr Witt die Verfahrensbeiständin das Jugendamt der psychologische Gutachter alle sagen ihm doch dass das Wechselmodell nicht gut ist für ihr Kind und jetzt tut er das was man ihm angetan hat mir an und deshalb brauchen wir das Wechselmodell um diese Spirale zu durchbrechen um einzuerkennen Moment es geht nicht darum dass wir vom anderen Gehorsam verlangen im Grunde verlangt er ja Loyalität er sagt wir sind dir wohlgesund ja du solltest uns loyal sein und das was wir dir sagen verinnerlicht es mal um uns zu folgen ja das kann ich da jetzt auch auslesen im Grunde macht er hier einen Loyalitätskonflikt mit mir auf er sagt hör uns zu oder schleich dich nichts anderes weil du unbelehrbar bist ja also du bist unbelehrbar steckt da noch hinten dran zwischen den Teilen beratungsresistent ich bin ja der der hier keine Kritik annimmt ja obwohl ich ja der bin der den VfK-Forscher Markus genau in dieser einen Sache kritisiert hat die man als Verunschlimpfungskampagne sieht also es wird vom Tisch gewischt und dann bin ich der der die Kritik nicht annimmt Täter-Opfer-Umkehr genau und genau das soll ja durch das Wechselmodell durchbrochen werden dass eben von Anfang an klar ist die Kinder haben beide Eltern es muss nicht gestritten werden zu wem die Kinder gehen Kinder müssen keine Angst haben dass sie einen Elternteil verlieren sie sollen nicht im Loyalitätskonflikt sein bei einer Mutter die die Kinder haben will oder einem Vater die die Kinder nur für sich haben will das passt alles nicht zusammen ich will an der Stelle auch nochmal betonen weil du jetzt öfter im Wechselmodell sagst das Wechselmodell ja kein statisches Konzept ist sondern es geht hier eben um gleiche Voraussetzungen also das habe ich persönlich auch immer betont ich möchte die gleichen Voraussetzungen als Trennungsvater haben wie eine Mutter ich möchte schon allein in dem Sprachgebrauch von Umgang Unterhalt ja solchen Sachen steckt ja schon die Diskriminierung drin ich habe irgendwann als ich erkannt habe dass ich also ich war ja völlig naiv und blauäugig wie jeder der noch nie getrennt war vorher und keine Kinder hatte also und keine Kinder hat oder in einem Trennungsfall ich habe es war ein Schock für mich zu erkennen dass ich nur ich Umgangselternteil bin ich dachte das kann was ist denn hier los da bin ich ja also das war das war schockierend da musste ich erst mal überhaupt drüber hinweg kommen als ich erkannt als ich das Ausmaß erkannte dieser ganzen Sache das habe ich vorher überhaupt gar nicht vermutet völlig ich bin auch deswegen will ich nur sagen Wechselmodell das heißt nicht alle Kinder müssen gleich bei den Eltern leben also das ist quasi das wäre wieder dieses Gleichstellungsding das ist nicht das was Wechselmodell heißt sondern wenn wir es jetzt zusammenfassen im Wechselmodell heißt es das ist eine Haltungsfrage das ist eine Gleichberechtigung es ist eine gleiche Voraussetzung die Kinder haben die gleichen Chancen bei beiden Eltern um wie du sagst ohne Angst angstfrei zu sein weil durch die Trennung an sich haben sie sie ja schon so erschüttert in ihrem kleinen Leben also in ihrem Kinderleben in ihrem jungen Leben und haben ja schon Angst dass sie irgendwie einen Elternteil verlieren könnten zum Beispiel der der sich trennt das kriegen die auch mit vielleicht von wem das ausgeht wenn das jetzt so polar ist und das wird ja eigentlich noch zementiert durch die derzeitige Rechtsprechung als auch durch die naja diese diese Meinung die da eben vertreten wird dass das Kind eben nur in einem Haushalt wohnen kann wie ja deine Tochter es formuliert hat und wie mir auch von Anfang an klar war die Kinder haben jetzt zwei zu Hause das ist das was ich lebe und das ist das was ich leben will das was ich für meine Kinder will weil die Trennung war unumgänglich das kann ich sagen ich schaue da mit reinem Herzen drauf ich habe mir überhaupt keine Vorwürfe mache ich mir überhaupt keine Vorwürfe ich hadere da überhaupt nicht mit dieser mit diesem Teil meiner Vergangenheit das war unumgänglich und in diesem Moment ist die Realität die Kinder haben zwei zu Hause und in dem Moment wo ein Elternteil erkennt welche Macht er hat durch die gängige Meinung und die gängige Rechtsprechung werden wir in einen Zustand katapultiert in dem der die Kinder der für die Kinder die Hölle sein muss genau und also für mich gehört zum Wechselmodell auch das ideale Wechselmodell ist dass die erstmal dass es der Staat garantiert ja das ist heute tut man ja so wie wenn das Wechselmodell ist etwas was man den Eltern gibt beziehungsweise einem Elternteil ermöglicht die Wahrheit ist aber es ist grundrechtlich garantiert und der Staat müsste es eigentlich garantieren es ist nichts was uns zusteht sondern wir haben es schon das Wechselmodell der Staat muss es garantieren macht er aber nicht durch die ganzen Bundesgerichtshof also jetzt gab es einen Beschluss der auf einer Lüge basiert ja ich kenne die ganzen Internas man lügt einfach das sind diese weißen Lügen die es schon in Griechenland gibt ja die Orakel die weißen Leute mit S ja die Lügen für das Gesamtwohl weil sie sagen das ist einfach besser so und in Deutschland lügen die Gerichte weil sie denken es ist besser für die Kinder bei der Mutter zu sagen egal für mich gehört zum Wechselmodell dass die Kinder immer im Wechselmodell sind selbst wenn sie mal sagen also jetzt will ich meinen Papa leben weil zu der Entwicklung von einem Kind gehört dazu dass es sich mal zum einen Elternteil mal zum anderen gezogen fühlt weil die Kinder müssen ja das Imago der Eltern internalisieren um ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln sie können nicht aus einem luftleeren Raum eine Persönlichkeit entwickeln und dann gibt es halt eine Phase wo das Mädchen sich fragt okay wie will ich als Frau sein und dann wieder die Nähe der Mutter so und vielleicht sagt Papa ich will jetzt gerade nicht im Wechselmodell sein ich will jetzt fast die ganze Zeit bei meiner Mama sein ich verstehe mich gerade super mit dir wir gehen shoppen zusammen wir machen die Fingernägel zusammen sie hilft mir mit meiner Periode und so weiter ich will mich als Frau das wird das Kind wahrscheinlich nicht so sagen aber das ist dann zwischendurch ich will mich hier mit meiner Mutter so weit wie möglich als Frau entwickeln und dann später kommt sie zum Vater und sagt du Papa ich will mehr bei dir sein ja und intuitiv merkt sie ich will mehr lernen wie kann ich konfrontativ sein und für mich einstehen egal ob die anderen meiner Meinung sind oder nicht wie kann ich mich in der Arbeitswelt behaupten wie kann ich mit Männern umgehen was ist diese kumpelartige Umgangsweise wo es auch mal schroff zugeht ja weiß nicht vielleicht hat sie ja eine Freundin die so mit ihr umgeht und sie merkt ihr Papa kann das auch aber sie kann es noch nicht und sie will es lernen das heißt für mich ja für unsere Kinder wäre die Idealvorstellung da ich der bin der mehr verdient zahle ich halt meinen Teil 400 Euro pro Monat ein Kindesunterhalt an meine Ex-Frau und wir leben im Wechselmodell und wenn dann mal ein Kind sagt jetzt will ich mehr bei meiner Mama leben wird das Wechselmodell für dieses Kind nicht aufgelöst und man geht dann nicht zum Gericht macht eine Umgangsvereinbarung dass dann das Kind nur jedes zweite Wochenende beim Papa ist und die Mutter den ganzen Kindesunterhalt griff das Kind sondern man behält es bei weil man weiß das Kind wird vielleicht wieder rüber wechseln und Wechselmodell heißt nicht Star-Fifty-Fifty sondern den Kindern den Wechsel jederzeit ermöglichen sozusagen ja ob jetzt in Fifty-Fifty 60-40 wie auch immer das ist die ideale Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeit für die Kinder und um nochmal hier auf unser Thema Vater sein Männer Hass Wahrheit Werte zurückzukommen nur wenn du beide Eltern erleben kannst in Gleichberechtigung beide Imagos internalisieren kannst in dich aufnehmen kannst kommst du raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken dann gäbe es auch kein Markus Witt der sagt alle hör uns zu sei loyal sei ein gutes Kind mach was wir dir sagen wenn alle dich kritisieren dann mach was wir dir sagen komm auf den Weg zurück nein weil dann muss ich nicht nur dem Markus Witt zuhören sondern ich kann auch meinem anderen imaginären Elternteil zuhören ich sage jetzt mal zum Beispiel das ist jetzt vielleicht hier die Mutter die sagt hey du scherst hier aus aus unserer Härte aus unserem Sozialgefüge komm zurück weil wir alle verstoßen dich sonst ja nee dann gibt es eben noch den Papa der sagt richtig so du hast die Wahrheit benannt da musst du jetzt einfach durch wenn das dann nicht deine Freunde sind dann wirst du andere finden das sind jetzt zwei Extrempositionen die das aber gut auffächern es muss ja nicht immer so extrem sein vor allem wenn es mal so extrem ist wie man es ja am Anfang von einer Trennung mitkriegt wie bei uns in den Beziehungen wenn das fortes Wechselmodell gegriffen hat werden diese ganzen Eskalationen gar nicht geschehen das ist das ist eine Folge dessen das ist nach wie vor wird das verwechselt weil ja immer gesagt wird aufgrund der Strittigkeit kann nicht es ist aber genau falsch rum es ist eine Folge genau es ist pervertiert und deshalb sage ich ja das Wechselmodell ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung weil du kannst ein Kind kann doch nicht in die Schule gehen und dann nimmt man das Grundgesetz durch dann sagt man Mann und Frau sind gleichberechtigt Artikel 3 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 2 weil die Eltern sind für die Kinder zuständig sinngemäß und dann fragt sich das Kind ja aber warum hat der Richter damals entschieden dass ich bei meiner Mama leben muss obwohl ich eigentlich bei beiden Eltern leben wollte will dann ist das doch ja nur Theorie des Grundgesetzes dann hat es ja gar nichts mit dem echten Leben zu tun und so wird das Grundgesetz ausgehöhlt das was da an bedingungsloser Liebe drin steckt an differenziertem Denken weil ich beide Positionen kenne ich kann beide Eltern in mich aufnehmen ich erlebe beide Eltern als Bereicherung das ist dann nicht möglich und das ist auch du kennst es ja auch das Kontinuitätsprinzip dann sagen die Richter ja also weil die Kinder halt hauptsächlich von der Mutter erzogen wurden sollen sie bei der Mutter leben das ist das Kontinuitätsprinzip dann sage ich ja klar die Person die mir die Windeln wechselt das Essen auf den Tisch stellt mich in die Schule bringt ist die Person die total wichtig ist ja es gibt Kinder die hassen ihre Eltern weil die die ganze Zeit sie übers Essen erpressen ja oder hinbringen die sagen weißt das ist schon klar dass ich dich immer hinbringe ja du bist schon ganz schön undankbar ja und ich muss immer das Essen kochen und keiner ist mir dankbar dafür ja ich mache ja alles ja dann wird dir das eingeredet ja dass du nicht dankbar bist und dann machst du natürlich alles was diese Person von dir will von der du abhängig bist also das Kontinuitätsprinzip also mit dem Kontinuitätsprinzip wird impliziert dass man die Bindung von Vater und Mutter gegeneinander abwägen könnte was vergessen wird ist dass die ja ganz anders sind Vater und Mutter und dass das Kind ja genau dadurch bereichert wird dass die anders sind wie willst du denn das quantifizieren ist der Vater genug anders als die Mutter dass die Tatsache dass die Kinder mehr Zeit mit der Mutter verbracht haben es notwendig macht dass die Kinder das Anderssein des Vaters nicht bekommen das kannst du gar nicht weil du kannst andere Qualitäten nicht gegeneinander du kannst nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen heißt es ja immer das Kontinuitätsprinzip hieß ja auch die Mutter darf dann nicht mehr arbeiten oder nicht mehr Geld verdienen oder was auch immer so Karriere machen als früher weil es ist ja es unterliegt sicherlich dann auch dem Kontinuitätsprinzip genau das ist die Mutter soll in ihrer Rolle bleiben in ihrer Rolle genau genau und wir müssen glaube ich bald aufhören weil meine älteste Tochter demnächst zurückkommt vom Umgang mit der Mutter und ihren Geschwister nochmal zu werten und Wahrheit wenn du bei nur einem Älterteil aufwächst fällt es dir sehr schwer die andere Seite zu sehen weil du musst da loyal sein deine Mutter bei der du leben musst ja 90% der Trennungskinder leben bei der Mutter nach Gerichtsverfahren stört der Hand die spielt gerade irgendwie da und dann siehst du die andere Seite nicht du kannst nicht differenziert unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen und dann kriegst du Kommentare wie bei dir dass sich eine Person ich schätze mal die ist von einem Elternteil allein erzogen worden sich in eine Ideologie flüchtet feministische Basics Diversität Intersektionalismus weil sie keinen Halt hat weil da war nur eine Person in ihrem Leben die wichtig war von der sie völlig abhängig war jetzt braucht sie was anderes von dem sie abhängig ist und das ist die gleichstellungsfeministische Ideologie weil die Alternative wäre Nihilismus zu sagen naja das Leben macht ja gar keinen Sinn also meine Mutter war die die Einzige von der ich irgendwie was erfahren habe und es gibt da nichts anderes mehr sie ist die Einzige also wer bin ich ich bin ja niemand ich war ja nur für meine Mutter da die mich gebraucht hat damit sie nicht ganz alleine ist also bin ich niemand stattdessen geht sie wieder im Grunde in die totalitäre Erziehung rein die die Mutter ihr gegeben hat und sucht sich eine Ideologie und das siehst du dann auch wie individuelle Erfahrung mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenhängt deshalb ist es auch so gefährlich das Residenzmodell ja die Nazis genau die Nazis wollten ja auch dass die Kinder von der Mutter erzogen werden und der Vater an die Front geht die Mutter sorgt für das Kanonenfutter das männliche Zuhause das dann nachgeschoben wird und die Mädchen sorgen für neues Kanonenfutter das ist so gefährlich weil es eine totalitäre familiäre Struktur ist und die sorgt dann wieder für im Größeren für ein totalitäres also begünstigt im Größeren wieder ein totalitäres System genau weil du kennst es ja nicht anders und der VAFK der Väteraufbruch für Kinder spielt genau dasselbe Spiel wir sind dieser Verein wir müssen jetzt zusammenhalten seid alle loyal wir stehen hinter dem Markus genau wir sagen das was der Sandro da erzählt ist eine Verunglimpfung und wir halten jetzt zusammen wir müssen loyal sein wir lassen da keine Kritik zu das ist alles Schwachsinn ja die können die andere Seite nicht sehen weil diese Väter und auch Mütter die da zum Teil Väteraufbruch für Kinder drin sind die wurden hauptsächlich von einem Elterteil erzogen wahrscheinlich die Mutter wie es halt damals traditionell war und haben die das diverse Denken die Diversifizierung im Denken nicht erlebt deshalb ist es ja auch so paradox dass dir vorgeworfen wird du hättest keine Ahnung von Diversität aber versuchst dich differenziert zu denken und willst ja Kritik aufnehmen willst hören was denken andere darüber ja Sandro ich fand es sehr bereichernd ich danke dir für das Gespräch habe mich darauf gefreut ich danke dir auch herzlichen Dank ja dann sehen wir uns wieder in der Halböffentlichkeit auf Facebook Twitter und YouTube genau und lass uns wieder alles mögliche vorwerfen ja naja ein positiver ausklang wäre jetzt noch schön oder ja also was mir die Sache mit dem VAFK gelehrt hat und da sind wir dann wieder bei deinem Post ist ich habe mich bisher so fokussiert darauf diesen Irrsinn am Familiengericht und Jugendamt darzustellen wie die da ihre Lügenkonstrukte aufbauen um das Wechselmodell zu tabuisieren innerhalb der Trennungsfamilie ich glaube es ist jetzt Zeit angesichts dessen dass der Federaufbau für Kinder sich hier entlarvt hat als eine Organisation die die Werte nicht lebt die nötig sind um das Ziel des Wechselmodells zu erreichen und die Werte nicht lebt und auch nicht vertritt ja weil sonst würden die mit mir in einen differenzierten Dialog treten das machen sie ja nicht sie sind total einseitig und verlangen Loyalität von mir also auch für mich ist es an der Zeit mehr sowas zu machen wie du und wie ich es auch jetzt versucht hatte in dem Video darzustellen warum das Wechselmodell von so einem großen gesellschaftlichen Wert ist ich habe in einem Artikel auf Freifam geschrieben wir müssen von der Vaterlandsliebe zur Vaterliebe kommen weil Vaterlandsliebe hieß ich als Mann gehe da raus und schieße andere nieder um mein Land zu verteidigen was in Wahrheit der Fall ist ist man benutzt mich als Mann für die Interessen des Landes die die Interessen der Machthaber sind die aber nicht meine sind und wenn ich aber Vaterliebe praktiziere dann sind meine Kinder wichtig dann bin ich wahrhaftig Vater dann lebe ich diese Wahrheit und dann bin ich nicht mehr der der andere niedermacht der schießt der sagt hey du musst hier wir alle du musst übrigheitshörig sein wir sagt dir das folge uns oder vergiss es das passiert nicht mehr weil du liebst deine Kinder und Vaterlandsliebe ist völlig unwichtig ja gutes Schlusswort deshalb danke für dein Posting auf Facebook das für mich ein Ausdruck von Vaterliebe war und danke für deine Arbeit Sandro für deine lang anhaltende Arbeit und dass du immer am Feuer stehen bleibst und als Individuum auftrittst mit deinen Werten und mit deiner Haltung und dort stark bist auch da will ich noch eins sagen wenn es okay ist wegen im Feuer stehen das kannst du aus der Verhaltenstherapie sehen es geht nicht darum dass jemand die Angst verliert zum Beispiel vor Fahrstühlen wenn er Angst vor engen Räumen hat es geht darum dass man immer mutiger wird das ist der Effekt an der Verhaltenstherapie deshalb werde ich auch immer den nächsten Schritt machen und immer mutiger werden wenn Leute wie der Federaufbruch für Kinder sagen du jetzt nimm mal unsere Kritik hier ernst und hör mal zu was wir dir sagen werde ich wie jetzt hier im Video noch mutiger einfach das sagen was ich als Wahrheit sehe und ich weiß nicht was die machen ob die mich dann jetzt anzeigen wegen Verleumdung oder was weiß ich was oder hier weiter gegen mich schießen indem sie sagen also jetzt ist ja endgültig klar der Typ ist verrückt er muss in eine Psychiatrie das Kind muss bei dem raus und so weiter weiß ich ja nicht das habe ich auch also du kannst nur heilen indem du immer mutiger wirst das kann man aus der Verhaltenstherapie sehen das habe ich auch gemerkt dass nachdem diesem Aufruhr nach diesem Post der schon sehr erfordert und anstrengend war viel Energie gekostet hat aber danach hatte ich so ein geklärtes so ein gesetteltes Gefühl irgendwie in mir also so Klarheit und so ein geerdet sein irgendwie das war faszinierend ja genau weil wenn du mutig bist dich stellst im Feuer stehst sei es Fegefeuer oder Beschuss dann merkst du Moment ich habe davor Angst gehabt in diesem Aufzug zu gehen und ich habe Angst vor engen Räumen aber jetzt wo ich es gemacht habe war es eigentlich gar nicht so schlimm und mit jedem Schritt den du da machst wo du mutiger wirst verwirklichst du dich ja mehr und deshalb haben dich auch in dem Post so viele angegriffen jetzt kommt sie gerade nach Hause muss aufmachen dass eben du gewagt hast zu sagen was du dir wünschst wie du dich verwirklichen willst und deine Söhne verwirklichen willst alles klar dann wir sehen uns bis bald tschüss tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020